Ja, herzlich willkommen. Wir hatten ein paar technische Schwierigkeiten. Nach so langer, langer Zeit, wo man nichts gemacht hat, da ist es dann manchmal ein bisschen schwierig. Dann muss man sich erst mal wieder sortieren und alles vernünftig einrichten. Aber jetzt sollte erst mal soweit alles klappen. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Hier ist der Johnny und heute mit dabei sind einmal der Marvin. Medel. Und einmal der Arthur. Moin. Genau. Ja, wir haben ja wie gesagt länger nicht mehr aufgezeichnet. Das hatte einfach verschiedene Gründe. Zum einen schiebe ich mal alles auf Marvin. Der hatte eine ziemlich lange Auslandsreise und nur wegen ihm war das jetzt so. Nein, dazu bin ich auch noch Vater geworden, viel bei PLW zu tun. Ihr wisst ja noch, dass wir auch bei PLW einiges machen. Und es war dann so viel, dass wir das einfach nicht gepackt haben. Aber ja, wir sind jetzt wieder am Start. Wir haben uns wieder sortiert. Jetzt geht die neue Saison los. Und wir starten heute mal direkt mit einer Folge History to Talk About. Auch noch nicht so. Ich habe noch leider auch kein Intro und alles. Aber kommt alles beim nächsten Mal. Aber History to Talk About ist ja wirklich erstmal ein bisschen lockerer. Unsere Don't Forget History Folgen sind ja, da recherchieren wir schon ein bisschen mehr. Aber jetzt ist es halt wirklich so, dass wir gesagt haben, wir wollen erstmal wieder quatschen, wieder reinkommen. Wieder mit euch ein bisschen. Ich kann aber schon mal verkünden, wir kriegen wieder schöne neue Thumbnails von Owen. Das hört man gerne. so. Super, auch kein Intro. Ja, ich sehe auch schon, ein paar Leute sind auch schon da, ein paar haben schon gefragt. Ja, kommt da noch was? Ja, wir sind jetzt da. So, ja, dann würde ich einfach mal anfangen. Erstmal so ganz locker. Marvin, wie geht's dir? Was Spannendes passiert in letzter Zeit? Du kannst ja auch vielleicht nochmal kurz Revue passieren lassen. Ja, ich war im Urlaub. Habt ihr ja sicherlich gesehen. Ich war erst in Istanbul, dann war ich ein paar Tage leider nur in den USA. Das ist jetzt lange Geschichte. Möchte ich jetzt nicht auspacken. Relativ persönlich. Ja, hat nicht so geklappt, wie ich das wollte und jetzt bin ich wieder da. Hab so ein bisschen, versuche jetzt meinen Scheiß nach und nach wieder aus den Staaten zurück zu suchen. So mein Reenactment-Kram, den hab ich ja da hingeschickt. Ähm, hab jetzt ein paar neue Darstellungen angefangen in dem Bereich. Hab mich auch mit ein paar Leuten vernetzt. Den Tim kennst du ja schon. Den Leland. Ja, ja. Dem hab ich jetzt ein bisschen mehr Kontakt. Was heißt ein bisschen mehr? Bisschen doll mehr. Ähm, ja. Und ansonsten... Oh, platonisch, ne? Ja, natürlich, platonisch. Alles, alles nur platonisch hier. Na, heutzutage sollt man einfach mal nachfragen. Ist ja alles möglich. Ja, nein, nein, also, äh, ich, ich bin ein mesogyner, weißer, cis, male. Glaube ich, ist, ist der Fachterminus dafür. Ich weiß es nicht. Ich hab mich damit nicht so toll befasst. Misogyne ist wichtig, ja. Misogyne ist wichtig, ja. Das wird ja immer im Gleichklang gesagt. Ähm, ja. Aber da bist du ja in guter Gesellschaft von einigen, äh, großen historischen Persönlichkeiten. Napoleon wird ja auch nachgesagt, dass er ziemlich misogyne war. Äh, ja, da hast du, hast du mal die, äh, ich weiß gar nicht von wem das ist. Ah, wie, wie hieß er denn? Oversimplified. Hast du da mal die, die über den napoleonischen Kriege gesehen, das Video? Ja, ja. Da hat er ja auch hier Equality, but he took it from the women. Yeah, it may surprise you, but Napoleon did exactly that. Ja, das ist schluss. Ja, cool. Äh, ja, Arthur, äh, vielleicht, äh, möchtest du dich einfach mal ganz kurz vorstellen, äh, vielleicht wie du hierher gekommen bist oder was du auch vielleicht generell auch vielleicht mal mit PLW zu tun hattest oder warum wir überhaupt auf dich gekommen sind und wer du so bist. Ja, ähm, wie ich zu PLW und der ganzen Truppe gekommen bin, was mir denn schon zu tun hatte, war recht simpel, hat mich dann eines Tages mal, nachdem ich mir die, äh, Videos von PLW angeschaut habe, auf den PLW-Discord, äh, verschlagen und nach einer ganzen... Entscheidung in deines Lebens. Ja, äh, das stimmt. Ist auf alle Fälle sehr, sehr Zeitraum, weil die Gesellschaft da ist dann doch meistens sehr anregend und, ja, man bleibt dann im Gespräch hängen. Ja, und dann kam es dann auch irgendwann so weit, dass ich dann auch mal bei dem Dreh von PLW mitgewirkt habe. Es ist sehr polnisch geprägt, so viel kann ich sagen. Und ja. Du triffst dich ja auch ganz gut, dass du, äh, auch, äh, ihr habt es vor allem wie Beuteldeutscher genannt, aber dass du auch polnisch sprichst und alles, ne? Genau. Der Tod sprach polnisch. Wow. Ein sehr, sehr kontroverses Buch. Ach, ist ein Buch, okay, ich wollte schon sagen Nummer 1, Marvel. Nein, 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 das ist tatsächlich, das ist tatsächlich ein sehr, sehr, äh, sehr, sehr kontroverses Buch. Ähm, beschäftigt sich mit der Verfolgung von Volksdeutschen in Polen vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, der auch immer in dem Zusammenhang, äh, genannt wird, so als, als, äh, Begründung, warum Hitler den, den Krieg gegen Polen überhaupt erst begonnen habe, ne? Gibt ja diese berühmte Rede, dass Polen diese Nacht auch bereits mit regulären Soldaten geschossen hat und das, äh, als Grund genannt wurde, dass es halt diese Übergriffe auf Volksdeutsche gab. Die gab es. Äh, ist allerdings ein relativ unerforsches Thema. Würde ich mich gerne mal mehr reinlesen. Also, wenn mir da jemand vernünftige Literatur zukommen lassen könnte, ich möchte jetzt kein Abonnement beim Kopfverlag abschließen, ungern. Ähm, ja, ich bin für sowas immer, immer offen. Muss jetzt auch nicht von Sönke Neizel sein, will ich gar nicht haben, aber irgendwas, so eine wissenschaftliche Arbeit oder sowas darüber, das würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, da stellt sich der polnische Staat ja ein bisschen quer, was das angeht. Ja, das war ja bei unseren Müttern, unseren Väter schon so mit den Partisanen, ne? Das war ja schon... Ja, gut, das, äh, war dann auch, könnte ich aber auch verstehen, weil die deutschen Darsteller waren alle so, die lieben toll mit ihrem jüdischen Freund und so weiter. Der Alibi-Jude. Und die polnischen Partisanen, beziehungsweise die Soldaten der Abia Kajowa, wurden da so als, äh, ja, Antisemiten erster Klasse dargestellt. Was hat der eine da gesagt mit der Schrotflinte? Da hat er gesagt, die Juden ertränken wir wie Katzen, ne? Ja, ja, das hat man dem so im Mund genutzt. Aber gut, da muss ich aber sagen, dass ein paar von den Charakteren drehen ja auch schon ein bisschen ab, ne? Also, ähm, ich verstehe es schon, weil es bei den Polen ja super einseitig gezeigt wurde, aber das ist immer das Problem, dann zu sagen, sowas gab es gar nicht, aber es ist halt schwierig, wenn du in deinem Film nur eine Facette zeigst. Du musst schon, wenn du, wenn du es ganz korrekt machen willst, musst du es um verschiedene Facetten, außer bei dem Film über Dürrlewanger, da gibt es wahrscheinlich keine Facetten. Komm und sie? Vor allen Dingen ist man bei einer deutschen Produktion auch mal in einer Scheiß-Situation anderen Leuten Antisemitismus vorzuwerfen. Ja. Während die deutschen Hauptcharaktere, äh, lupenreine Westen vorzuweisen haben, bis jetzt auf, äh, Desertation oder anderer Widerstandshandlungen gegen das Dritte Reich. Ja gut, war der eine, der eine hängt doch auch lauter Leute. Wer heißt der denn nochmal, ähm, du weißt, wie der heißt, Marvin. Der hängt doch auch. Ja gut, Friedhelm, glaube ich, war das, ne? Friedhelm, ja, danke, Friedhelm. Ja. Der hängt doch auch super viele Leute. Der ist doch nachher auch bei diesen, bei diesen Einsatzgruppen mit dabei. Ja, ja, genau. Ja, weil er Strafvorsitz wollen, macht er die Station. Nee, das war doch, das war doch der andere. Das ist der, der Leutnant. Wilhelm. Wilhelm, Wilhelm war das Wilhelm. Und Friedhelm, Friedhelm ist der Bruder, der quasi sich über diesen Krieg immer weiter radikalisiert und anfängt mit diesem, ähm, Offizier von dem SD rumzuhängen, der ihn quasi so ein bisschen immer wieder über den Rand schubsen will, bis er dann halt schon die ersten Leute hängt und auch irgendwelche Leute erschießt und, äh, halt so eine Wandlung durchmacht. Ähm, mit dem ist, glaube ich, dann auch nicht gut Kirschen essen in dem Film. Ähm, aber ich, ich verstehe schon, was du auf jeden Fall meinst. Ähm, an, an der Stelle ganz kurz eingehakt, wir müssen mal hier, äh, Lina grüßen. Grüßt mal Lina. Mänzer, Lina. Grüße gehen raus. Möchte ich auch gleich mal auffragen, äh, aufgreifen, die Frage mit dem Hürtgenwald. Ja. Ähm. Ähm, bin ich tatsächlich noch nicht gewesen, steht ganz groß auf der Liste, zumindest die Wege, die man benutzen darf. Das ist ja in weiten Teilen immer noch munitionsbelastetes Gelände. Mhm. Ähm, ist in der Nähe von Aachen. Und Aachen natürlich ist ja vielleicht bekannt, ist eine der ersten deutschen Städte, die so, äh, gefallen sind an die Amerikaner. Wird auch, ähm, ich glaube, Mark Ferten hat es als Little Stalingrad bezeichnet, wobei das Einzige, was das, äh, mit, ähm, mit Stalingrad zu tun hat, ist, dass, äh, dass es Häuserkämpfe gab. Also die Amerikaner waren weder eingeschlossen, noch waren die Deutschen eingeschlossen, ne? Mhm. Ähm. Die 116er. Aber halt dieser Häuserkampf halt, ne? Ja, ja. Ziemlich brutal. Gibt's, äh, gibt's, äh, Aufnahmen von, von der amerikanischen Wochenschau, wie die da halt mit dem, mit dem 50er in, in ein Haus reinhalten, ne? Also wer, Rambo, ich weiß gar nicht, welcher Rambo-Teil das war, wo er sich da an, an das 50er stellt, äh, so, das, das macht schon Aua. Ist das nicht der vierte oder so, der übelst brutal, wo sie dieses, äh, südamerikanische Dorf da massakrieren? Ne, ne, das glaube ich war in Südostasien irgendwo. Das sah so aus, wie, wie wenn du die roten Khmer auf Wisch bestellst, weißt du? So, kurzer Einwurf nochmal von Falk, als netter Kommentar hier, äh, die Deutschen werden auch nicht so gut dargestellt, nämlich Charlotte, die, die Krankenschwester verrät, nämlich die Hüdin im Lazarett. Ja, das stimmt, das stimmt, das war ja auch noch. Ja. Wobei man dazu sagen muss, dann war ja, später hat sie ja dann noch diese, diese Freundschaft gehabt mit der Russin, ne, mit dieser, mit dieser Hilfsschwester. Ja, das ist, das war doch, glaube ich, die. Das ist doch diese, und die, die verrät sie ja auch. Das ist ja die, mit der sie rumhängt, die verrät sie. Nein, 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 das sind, das sind, nee, das sind zwei verschiedene, was du jetzt meinst. Ah, okay. Das sind zwei verschiedene. Die eine hat doch hier dieses, dieses Muttermal am Auge, die dann auch später, wo die Russen kommen, äh, weggeschafft wird. Erst versuchen sie die doch zu vergewaltigen, da kommt doch diese russische Offizierin da rein. Mhm. Und die Russen nehmen sie natürlich als Kollaborateurin, äh, beiseite und sie, ja, darfst dann die Verwundeten da versorgen. Genau, so war das nämlich. Ja, wie gesagt, Hürtgenwald war ja der, im amerikanischen, sagt man, Meatgrinder, also der Fleischwolf. Deutschen haben, haben halt den Vorteil gehabt, die kannten das Gelände, das waren kampfverfahren Einheiten und die Amerikaner hatten ja dieses Rotationsprinzip, das heißt, die haben immer wieder frische Rekruten in diesen Fleischwolf geworfen, die überhaupt nicht wussten, was abgeht. Die Deutschen hatten die, äh, komplett aufgeklärt, die Gegend komplett aufgeklärt, Artilleriekoordinaten, alles, ne, und da sind teilweise mehr Leute ausgefallen durch diese Splitter. Du hast ja durch den, durch den dichten Wald, der da ist, wenn da die Artillerie einschlägt, ne, hast du nicht nur die Schrapnelle von den Granaten, sondern auch noch vom Holz. Und dann kann das schon mal sein, dass dir ein halber Zug wegstirbt, entweder an den Splittern oder weil denen ein Baum auf den Kopf gefallen ist. Ja. Also, da gibt's, da gibt's so viele Geschichten und, äh, ein, zwei davon wollen wir auf jeden Fall bei PLW auch nochmal irgendwann verfilmen. Ähm, da sind noch ein paar andere Sachen im Hintergrund am Laufen mit, äh, Hürtgenwald, aber da kann ich noch nicht so viel zu sagen. Das ist noch ein bisschen, äh, alles, äh, in der Entwicklung. Äh, da waren wir jetzt im Gespräch mit ein paar Amerikanern, aber mal schauen, was sich daraus so ergibt. Ähm, ja, aber was man über Hürtgenwald auf jeden Fall auch noch sagen kann, ist, ähm, dass die Amerikaner da eigentlich nicht durchge, äh, gemusst hätten. Sie hatten nur Angst, dass die Deutschen das Hinterland fluten und sie dachten, sie kommen relativ schnell durch. Ähm, und deswegen wollten sie halt zu den Staudämmen unter anderem kommen. Und ja, das ist halt natürlich ein bisschen schiefgegangen, ja. Natürlich super. Ich weiß gar nicht, das ging auch übelst lange. Das waren mehrere Monate, ja. Das, sie haben auch, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, war das... Vom 6. Oktober, vom 6. Oktober 44 bis 10. Februar 45. Ja. Super krass gewesen. Naja, da sind halt teilweise unerfahrene amerikanische Truppen auf, äh, kampferprobe Truppen von der Ostfront getroffen. Natürlich waren da auch, äh, äh, nicht nur Veteranen, aber da waren halt Leute, die sich halt wirklich auskannten mit Waldkampf. Und generell im Wald kämpfen ist halt, wie du schon beschrieben hast, einfach eine super unangenehme Sache. In 6 Minutes of All lässt grüßen. Oder hat man die auch in der Westerplatte gesehen? Wo hat man das gesehen? An der, bei der Westerplatte. Oh, genau. Genau wegen sowas, wegen, genau wegen sowas hab ich dich dazu geholt, Arthur. Weil die Westerplatte hatte ja auch, äh, Waldbewuchs. Die Polen hatten sich eingegraben und die Schleswig-Holstein hat ja den Wald, äh, mit Granaten zugezümmert. Ja, und diese zerborstenen Bäume, beziehungsweise umgefallenen Bäume, haben es den Deutschen mächtig schwer gemacht, hervorzurücken. Mhm. Weswegen die Polen da so ein bisschen Taubenschießen, äh, machen konnten. Ja, das ist gar nicht so bekannt, ne. Ähm, das ist auch ein Thema, was wir bei PW mal behandeln wollen, nämlich, dass dieser Polenfeldzug immer so ein bisschen als Spaziergang beschrieben wird. Aber eigentlich sind da ja auch, also wenn man es jetzt mal einfach so nimmt, da sind ja immer noch, ich glaube, 10.000 Deutsche trotzdem gefallen. Oder, glaube ich, 10.000, glaube ich. Ähm, was ja trotzdem für die einzelne Mutter halt trotzdem übel schlimm ist, wenn der Sohn halt so schnell fällt. Und, ähm, ich habe so ein Interview mal gesehen über einen Deutschen, der hat erzählt, der war auf diesem, ähm, auf der Schleswig-Holstein und im Bauch des Schiffes war eine Marine-Sturm-Kompanie. Ich kriege den Namen nicht mehr ganz zusammen, also die Einheit, da gab es danach auch nicht mehr. Man hat es ausprobiert, also quasi so wie Marines halt, Marine-Infanterie. Und er meinte, die sind von Bord gegangen und es hat keine zwei Minuten gedauert, da hatten die schon die ersten Toten und Verwundeten, weil die halt sofort unter Feuer genommen wurden. Und er meinte, diese Kompanie hatte halt extrem schwere Verluste. Ähm, und es wird immer so ein bisschen ausgeblendet, ne? Dass da halt auch super viele gestorben sind. Ja, wo die Polnische Army sich auch eingraben konnte und, äh, Stellung beziehen konnte, hat sie sich auch erbarmungslos gewehrt, also. Die hatten auch Bunker da, ne, auf der, an der Westerplatte. Ja, genau, ja. War ja komplett ausgebaut, das war ein militärischer Stützpunkt, die Westerplatte. Zwar im Geheimen ausgebaut, aber. Ja, krass. Aha, auch gegen die Bestimmung von Versailles verstoßen. Du machst ja einen auf Schulze-Rohnhof. Ja, immer. Ähm, nee, genau, äh, soweit ich mich auch noch entsinne, ich hab, es gibt diesen Film, die Westerplatte. Ja, zwei Filme. Genau, da sieht man auch, äh, irgendwie, dass da so von SS, Heimwehr, Danzig und so, so einfach so, das sind einfach irgendwelche Typen in so SA-Uniformen mit Gewehren, die da einfach mit den Soldaten mitgehen und sich denken, ja, geil, endlich, ne, können wir mal draufhalten, ich bin hier mit im Krieg dabei und die halt dann alle rein, weil so draufgegangen sind. Auch das Postamt der Danzig, ne, das ist ja auch. Ja. Das war ja auch schwer im Kampf, ne. Naja, das Postamt von Danzig, man darf sich nicht vorstellen, dass das normale Postveramte waren. Im Postamt von Danzig haben polnische Armeemitglieder, äh, gedient. Ja, und die haben sich dann halt auch gegen die Danziger Heimwehr richtig verwehrgesetzt. Die kamen doch dann auch mit Panzerspehwagen, ne? Genau, genau. Panzerspehwagen Oberschlesien, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, war bei Danzig eingesetzt. Mhm. Und da haben die auch ein paar Tage gekämpft, auf jeden Fall, ne? Ja, ja, ja. Sehr krass. Und die letzte Schlacht war ja dann, äh, Halbinsel Hehl bis zum 5. Oktober. Wo ist die Halbinsel Hehl? Äh, bei Gedinja, oben an der Küste. Das ist so ein kleiner Ausflugs, der da vor der Weichselbucht ist. Mhm. Ja, okay, Wahnsinn, dass die noch so lange ausgehalten haben. Haben die das nicht mitgekriegt? Haben die das nicht mitgekriegt oder wollten die das nicht mitkriegen? Wie nicht mitbekommen? Na, die polnische Kapitulation. Es gab keine gesamtpolnische Kapitulation. Echt nicht? Nein. Ich hätte jetzt gesagt. Warschau hat alleine kapituliert. Aber eine gesamtpolnische Kapitulation gab's nicht. Adam haut hier gleich einen raus. Da steht da Post... 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 ...Gudanskou... Never Forgeti. Never Forgeti. ...Geschichte. Das musst du jetzt mal zum Besten geben. Ganz anderes Thema. Sansibar. Ja. Das ist übrigens auch, das wäre hier bei YouTube zu gucken, das ist das Thema Sansibar. Das ist das Bild, was ihr im Hintergrund hinter uns, hinter mir und Marvin seht. Und das kommt dabei raus, wenn man Krieg von Sansibar googelt. Ja, ähm... Also der Krieg brach aus, weil Sultan, jetzt muss ich mir das mal kurz gucken. Hamad Ibn Tuwaini Ibn Said, habe ich bestimmt total verstümmelt, der mit der britischen Kolonialverwaltung kooperiert hatte. Am 25. August start und sein Cousin, schwer zu auszusprechender Name, Shalin Ibn Barqash, in einem Staatsreich mit deutscher Rückendeckung, die Macht über das Sultanat ergriff. Die Briten hatten allerdings Hamads und Khalids Cousin Hammoud Ibn Said als willfjährigen Nachfolger vorgesehen und legten sie Shalit nah abzudenken und danken. Der hat das jedoch abgelehnt, deswegen kam es zum Krieg und das ist der kürzeste Krieg der Weltgeschichte. Denn der ging nämlich von 9 Uhr bis 9.38 Uhr am 27. August 1896. Wow. Die Briten verloren einen Verwundeten, währenddessen erlitten die sansibarianischen, denke ich glaube, ich heißt das denn, ne? Sansibarianischen Truppen, 500 Tote und Verwundete, eine Yacht wurde versenkt, zwei Boote versenkt und eine Batterie zerstört. Dann haben sie sofort kapituliert. Ja. Ja. Okay. Das ist wirklich der schnellste Krieg der Geschichte, ja. Na, die Briten haben halt richtig was aufgefahren und haben dann gesagt, Attacke. Und dann haben sie das in britischer Manier halt mit Artillerie zusammengeschossen und dann haben sie halt gesagt, ja gut, machen wir nicht mehr weiter, ist alles gut. Hart. Okay, aber trotzdem traurig für die eine Mutter, ne? Ein Verwundeter, ne? Nee, 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 bei den sansibari, bei den sansibaren. Ja, 500, ne? Ein paar mehr Mütter. Aber für die einzelne Mutter, meine ich, ne? Es ist halt so, wie es wir beim Falklandkrieg schon hatten. Nur weil der Krieg halt super klein ist, kann der nicht für einen einzelnen Menschen eine totale Katastrophe bedeuten. Natürlich, ja. Ich hab mich neulich auch mit Owen unterhalten und der hat mir so ein bisschen, ähm, bisschen Lokalgeschichte mitgegeben. Und zwar hab ich für euch noch den Schweinekonflikt. Äh, Kanada und USA? Richtig. Und das ist da oben bei Owen nämlich in der Ecke. Das ist, äh, zwischen den... Irische Bauern und ihre Schweine. Ja. Ich hab dich mal gespannt. Der Schweinekonflikt, Pig War, Pig Episode, San Juan Bondary Dispute, Pig and Potato War or Northwestern Bondary Dispute, war ein Gebietskonflikt im Jahre 1859 zwischen den USA und Großbritannien bezüglich eines Grenzverlaufs zwischen dem Washington-Territorium und Britisch-Nordamerika. Er wurde dadurch ausgelöst, dass im Verlauf des Konfliktes zwischen zwei Bauern ein Hausschwein erschossen wurde. Weitere Opfer waren nicht zu beknagen. Das war's? Ja, ja, ja. Pass auf, die Grenze zwischen den USA und Britisch-Nordamerika wurde mit dem Vertrag vom 15. Juni 1846 dem sogenannten Oregon-Treaty festgelegt, entlang des 49. Breitengrades in der Mitte des Kanals, der den Kontinent von Vancouver Island trennt und in der Mitte der Juan de Fuca Straße bis zum Pazifischen Ozean. Das Schwein gehörte Charles J. Griffin, einem Iren, der auf seiner nahegelegenen Farm der damals britischen Hudson Bay Company arbeitete. Cutler hatte sich zuvor erfolglos bei Griffin über die freilaufenden Schweine besperrt, der darauf verwiesen hatte, dass das hiesige Gebiet gehöre der Hudson Bay Company, worauf Cutler erwiderte, dass es US-Territorium sei. Als am 15. Juni erneut ein Schwein auf seinem Grund auftauchte, erschoss der Bauer es, meldete es Griffin und forderte ihm auch, seine Schweine von den Kartoffeln fernzuhalten. Worauf dieser erwiderte, es ist an dir, deine Kartoffeln aus meinem Schwein herauszuhalten. Cutler bot ihm an, ihm 10 US-Dollar Entschädigungen zu zahlen, aber Griffin lehnte dies ab, weil sein Schwein mehr als 100 US-Dollar wert sei. Als Cutler diesen hohen Betrag nicht zahlen wollte, drohten ihm britische Behörden mit Gefängnis und damit, dass die US-Siedler auf der Insel als eindringlich in den Zwangs geräumt werden sollten. Als die ansässigen US-amerikanischen Siedler davon erfuhren, riefen sie nach dem Militär. Der Leiter des Departements Oregon, William S. Harney, entsandte sofort 66 Soldaten des Infanterieregiments 9 unter dem Kommando von Hauptmann George Pickett zu der Insel, da er wusste, diesbezügliche Befehle aus Washington würden Wochen benötigen. Ist das der George Pickett? Weiß man das? George Pickett war während des Sezensionskriegs Generalmajor der Konföderierten. Also wird es der sein. Das ist der, der bei Gettysburg diesen Pickett Charge gemacht hat, der quasi mit seiner Division... Da kommen wir noch zu. Aber da kommen wir noch... Ne, haben wir glaube ich schon gehabt, oder? Gettysburg. Gettysburg hatten wir schon? Echt? Mit Pickett Charge, glaube ich schon. Wow, okay. Crazy. Ich schieße mal kurz ein paar Kommentare dazwischen. Zum Thema nochmal, äh... Genau, also Falk schreibt hier, wenn man die 18 Tage nimmt für den Fall Weiß, sind die Verluste pro Tag ähnlich denen zu Stalingrad. Ui. So eine Ansage, ne? Weil es halt so kurz war, ne? Der Fall Weiß für 18 Tage? Das hieß doch immer, in 18 Tagen wurde Polen besiegt. Ach, ja gut. Ja. Für mich haben sie halt bis zum 5. Oktober durchgehalten, also... Es sei dir auch gegönnt, dieser Glaube an diese... an diesen letzten Kampf. Ähm, dann Ilja Held schreibt, die Frage habe ich glaube ich nicht ganz verstanden. Ich habe eine Frage, darf man in Schlesien jemanden auf Polnisch verfluchen? Oder, äh, ist das verboten? Ich glaube, das ist einfach getrollt. Ja, das könnte ernst gemeint sein. Polnisch verfluchen. Also ich glaube generell, man sollte einfach niemanden verfluchen. Auch nur auf Polnisch oder egal in welcher anderen Sprache, weil das... Weiß nie, wie ernst derjenige das nimmt. Äh, der Adam schreibt nochmal, gibt es eigentlich irgendwo ein Video, wo man sehen kann, was die Polen 1939 so trugen? Mir war so, dass auf dem PLW-Review-Kanal ein Video existiert, äh, das vor kurzem veröffentlicht wurde, wo der polnische Sadat 1939 gezeigt wurde. Arthur, hast du das Video gesehen? Ja, natürlich. Wie authentisch hast du das bewertet? Äh, ich habe da auch schon... mit demjenigen Darsteller schon gesprochen, dass, sobald er dann im Feld ist, die Kragenabzeichen dann von der Uniform zu verschwinden haben, weil das ist nicht Feldmarsch-mäßig, das ist eher was für die Garnision, also Kaserne oder Ausgang. Mhm. Diese bunten Kragenspiegel mit diesen, also diese verzierten... Genau, genau. Genau, die Schlangen. Ah, okay. Weil wir uns nämlich schon gewundert hatten, weil das ja super auffällig ist, haben wir halt gedacht, wow, okay, warum trägt man das? Und sowas im Feld, das ist ja echt ein bisschen abgefahren. Ja. Dazu muss man sagen, Arthur kennt sich ja nicht nur mit den Uniformen aus, sondern er kennt sich auch mit den Reglements aus. Ja, ja. Und ja, diese Kragenspiegel, das war halt wirklich ein Ausgehuniform oder in einer Kaserne, aber im Feld hat man dann ohne Kragenspiegel getragen. Ah, okay. Hatten halt mehrere Uniformen, zwei Stück oder sowas. Ah, okay. Ja, dann erstmal Hallo an Hamilka Bakras, schön, dass du wieder dabei bist, alter treuer Zuschauer, Zuhörer. Die alte Garde. Die alte Garde ist wieder da, wie 1815. Ähm, Abend. Da kann ich auch noch was Exotisches beisteuern. Äh, Incident ad Petrich. Ich bin da aber noch nicht fertig, jetzt kommt doch erst der richtig gute Teil. Achso, okay, warte, aber ich mach das noch zu Ende. Der sogenannte Streunerhundkrieg zwischen Griechenland und Bulgarien 1925. Den hab ich auch noch auf hier. Hast du, okay, dann mach jetzt noch weiter mit dem Schweinekrieg. Genau. Also wie gesagt, Pickett ist da hingeeiert, weil er wusste, das alles nach Washington zurückzukabeln, das dauert ewig und drei Tage. Also hat er das erstmal selber gemacht. Er hat 66 Soldaten auf diese Insel geschickt. Als britische Behörden davon erfuhren, schickte man drei Kriegsschiffe unter dem Kommando von Kapitän Geoffrey Hornby in das Gebiet. Die Situation drohte zu eskalieren. Im September waren 461 US-Amerikaner mit 14 Feldkampen und 8 32 Fünder-Marine-Geschützen unter dem Kommando von Major Seales Kenzee bereit, den drei britischen Kriegsschiffen mit 70 Geschützen und 2140 Soldaten entgegenzutreten. Es kam jedoch zu keiner Zeit zu Gefechten. Der US-amerikanische Präsident James Buchina sandte General Winfield Scott im September nach San Juan Islands, um mit dem Gouverneur James Douglas die Krise zu lösen. Das Ergebnis war, dass beide Seiten darin übereinkamen, die gemeinsame Besetzung beizubehalten, allerdings in einem reduzierten Umfang. Das britische Lager wurde an der Nordseite der Insel errichtet, um die einfache Versorgung und den einfachen Zugang zu gewährleisten. Das US-amerikanische Lager wurde auf der Südseite der Insel auf einem hohen Punkt errichtet, günstig für die Artillerie. Die Krise hielt bereits zwölf Jahre an, als der Dispute an den deutschen Kaiser Wilhelm, dem ersten herangetragen wurde, der vermitteln sollte. Am 21. Oktober 1871 entschied sich eine vom Kaiser gebildete Kommission, dass die San Juan Islands an die USA fallen. Bis heute erinnert eine Gedenkstätte an diesen Konflikt. Der San Juan Island Historical National Park. Der Ort ist seit 1961 ein National Historic Landmark. Noch eine kleine Vita zu Winfield Scott. Der war auch in West Point, hat den mexikanisch-amerikanischen Krieg gekämpft. Im blutigen Kansas war er unter anderem. Und hat die Vision geführt in der Schlacht von Fredericksburg und Chancellorsville, wo die Nordstaaten jeweils verloren haben. Und warum er so bekannt ist, unter anderem. Er war der General sozusagen, der das 2. Korps kommandiert hat. Nämlich während der Schlacht von Gettysburg. Und seine Einheiten standen unter anderem auf dem Cemetery Ridge, dem Cemetery Hill. Also da, wo die Schlacht dann letzten Endes auch, kann man schon sagen, entschieden wurde. Genau. Soviel dazu. Bevor du jetzt gleich weitermachst, du hattest ja noch den Streuner-Hundkrieg auf dem Schirm, wenn ich es gerade richtig verstanden habe. Genau. Der IA-Held und der Adam fragen noch nach dem Emu-Krieg. Oh ja, der Emu-Krieg. Schöne, du Arthur? Kann ich gerne übernehmen, ja? Dann lassen wir das noch den Arthur warten. Der Emu-Krieg war eine schöne Geschichte nach dem Ersten Weltkrieg in Australien. Aufgrund von natürlichen Begebenheiten sind die Emus, die ja sonst Einzelgänger sind, zu großen Herden, haben die sich zusammengefasst und haben Wasserlöcher belagert. Diese Wasserlöcher lagen allerdings meistens in der Nähe von australischen Bauernhöfen. Sprich, die Emus haben sich dann natürlich auch an den Feldfrüchten der Bauern bedient. Die Bauern waren allerdings in einer, naja, unangenehmen Situation. Das waren doch aber ehemalige Soldaten, ne? Die haben doch den Land gekriegt. Genau, genau, ja. Die waren in einer Situation, weil die Weltwirtschaftskrise hat zu der Zeit gerade die Getreidepreise mächtig gedrückt. Weswegen waren das Getreide nicht von den Feldern geholt, sondern gewartet hat, ja, dass die Preise vielleicht wieder steigen und das Getreide dann holt, um es dann zu verkaufen. Jedenfalls sah sich die australische Regierung dann dazu gezwungen, etwas gegen diese Ebu-Plage zu unternehmen. Und dann hat man drei Männer losgeschickt, ehemalige Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, bewaffnet mit zwei Lewis-Maschinengewehren, sich dieser Ebu-Plage anzunehmen. Ja, der Ebu hat nur ein paar anatomische Besonderheiten. Erstens hat er eine extrem dicke Fettschicht und die Projektile der Lewis-Maschinengewehre. Ja, es mussten ein paar mehr Projektile verschossen werden, um einen Ebu zur Strecke zu bringen. Worauf die Australier sagten, die Dinge hätten sie an der Westfront gebraucht. Ja. Und dazu kam dann auch noch, dass die Emus sich angepasst haben auf diese Jagdtrips dieser drei Soldaten und haben dann irgendwann Speer aufgestellt, die laut gegeben haben, wenn auf einmal wieder die Jäger mit ihrem Lastwagen angekommen sind. Dazu muss man sagen, das war ein typischer 1920er-Truck. Das heißt, kein Servo, kein Differenzial und gar nichts. Und das Ding war scheiße langsam. Ja. Und die Emus sind schnell. Genau. Up to 40 miles per hour, habe ich gerade mal nachgeguckt. Deswegen haben sich die Verluste der Emus in Grenzen gehalten. Der Munitionsverbrauch jedoch nicht. Ja. Und irgendwann hat man diese ganze Epoche, das ganze Vorhaben dann auch wieder eingestampft und davon abgelassen. Auch weil die Emus sich dann wieder getrennt haben und so weiter und sich die Lage generell entspannt hat. Man muss dazu sagen, das hat sich entspannt, weil sie ein Kopfgeldsystem eingeführt haben. Ja. Aber trotzdem haben die Australier da eine Niederlage einstecken müssen. Gegen die Emus. Ja, gegen eine Gruppe Tiere. Ah, okay, wow. Deswegen, nicht Australier töten dich in Australien, sondern Tiere töten dich in Australien. Aber das eher auch. In Australien töte dich sowieso alles. Ja. Die Einheimischen eingeschlossen. Das willst du von der ehemaligen Strafkolonie erwarten. So, kleine Korrektur von Kevin Eichhorn. Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Oder auch einen großen Fehler. Ich habe gerade von Winfield Scott erzählt. Den Mann, den ich meinte, das ist Winfield Scott Hancock. Ah. Der Winfield Scott, der den Schweinekrieg quasi beendet hat, ist ein anderer. Nämlich der, wer sich an die Folgen mit dem Bürgerkrieg erinnert, der den Anaconda-Plan entwickelt hat. Der hat quasi sich die amerikanische Strategie überlegt, dass man die Konföderation in zwei Teile teilen sollte und auch die, äh, na, die Blockade zu See aufrechterhalten könnte. Oder beginnen sollte. Und, äh, der hat ja auch nochmal geschrieben, nachdem wurde er benannt. Winfield Scott Hancock. Genau. Ah, wieder was gelernt heute. Also, siehst du, wir sind ja auch nicht allwissend. Den Anspruch erheben wir auch nicht. Nee, deswegen, wir lernen ja mit euch gemeinsam, ne? Aber die Namen sind halt super ähnlich. Und ich dachte, du hättest jetzt beim Lesen quasi, hätte man das Hancock einfach nicht rangehangen. Nein, das, das hätte ich dann schon gemacht. Das war, cool. Aber nee, da kam Owen nämlich ein Tag zu mir und meinte, wir haben euch ja die San Juan Islands zu verdanken. Ich meinte dann die und dann hat er mir den Artikel da geschickt. Ich wusste das auch nicht. Nee, super spannend. So. Aber du musst dir mal überlegen, erst mal drei Kriegsschiffe hinschicken, wegen, wegen, wegen einem toten Schwein. Ja, ist halt, äh, damals halt. Kommt mir auch, kommt mir auch gerade noch in den Sinn. Ähm, der, der Punische Krieg ist geläufig, ne? Ja, ja, haben wir auch schon hier behandelt, ja. Genau, die Punischen Kriege sind ja geläufig. Und ich meine, das war erst in den 2000ern, oder frühen 2000ern, dass Tunesien als Rechtsnachfolger der Karthager und Italien als Rechtsnachfolger des Römischen Reiches einen Friedensvertrag geschlossen haben. Oh, das ist aber schön. Weil der dritte Punische Krieg wurde ja nicht, nicht wirklich beendet. Es gab ja keinen mehr, mit dem man wandeln konnte. Ja, aber das ist doch eine schöne Sache. Das ist ja noch länger als der Krieg um die Skilly Islands. Ich kann ja mal gerade gucken. Das habe ich neulich erst gelesen. Das war nämlich der längste, der längste Krieg, ähm, wo eine kleine Insel vor Großbritanniens Küste Frieden mit den Niederlanden schließen musste. Was, Skilly? Die Skilly Islands. Das ist eine Inselgruppe vor Großbritannien. Mhm. Darin hat sich die, äh, königlich, äh, englische Marine im Bürgerkrieg zurückgezogen vor den, äh, in England mittlerweile siegreichen Truppen Cromwells. Mhm. Und diese Marine befand sich durch einen Krieg, der, des Königreichs, äh, England mit den Niederlanden im Krieg mit den Niederländern. Hm, okay, interessant. Ja, da es aber nur so eine Sache ist, die nebenbei passiert ist, hat man dem natürlich nicht weiter Beachtung geschenkt. Und die Niederlande und Großbritannien haben auch danach weiterhin Beziehungen zueinander gehegt. Allerdings hat man dann irgendwann in den 1970er Jahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sich da mal die Mühe gemacht und den Friedensvertrag zwischen den Skilly Islands und dem Königreich der Niederlanden aufgesetzt. Aber sowas ist doch cool. Also, wer schon in Deutschland auch mal sowas kriegen würde, einen Friedensvertrag, gibt es ja, soweit ich weiß, gibt es ja auch tatsächlich offiziell keinen Friedensvertrag. Da funktioniert der 4-plus-2-Vertrag für. 2-plus-4, glaube ich. Ah, okay, da stecke ich jetzt nicht so tief drin. Ich wollte jetzt auch nicht irgendwie irgendeinen Quatsch erzählen, aber ich hatte es nur mal irgendwo aufgeschnappt, dass es quasi kein, äh, das gibt ja nur den Waffenstillstandsvertrag, die Kapitulation, aber es gibt ja im Grunde, gab es ja nie einen Friedensvertrag, der unterzeichnet wurde danach, was man ja meistens... Ja, aber der 2-plus-4-Vertrag, der hat dann eigentlich sämtliche Belange auf diesem Feld geregelt. Ah, ja, okay, gut. Als ich das nächste Mal höre, werde ich sagen, nein, nein, im Moment, da gibt es 2-plus-4-Vertrag, okay. Das ist auch das, was so grundsätzlich, ich, äh, sehe das häufig unter Reichsbürger-Dokus, dass da irgendjemand behauptet, ja. Äh, es gab keinen Friedensvertrag, das ist alles mit dem 2-plus-4-Vertrag, mit der, mit der deutschen Einheit ist das vom Tisch. Ah, okay. Weil du hast ja, davor hast du ja die Situation gehabt, wer ist jetzt Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches, die DDR oder die Bundesrepublik? Mhm. Und mit der, mit der, mit der deutschen Einigung fiel ja dieser, fiel ja dieser Twist da weg. Man konnte halt sagen, okay, wir haben jetzt ein, ein wiedervereinigtes Deutschland in, in den Nachkriegsgrenzen, also nicht in den Grenzen von 1937. Ähm, da konnte man jetzt wirklich, okay, jetzt haben wir ein Deutschland, jetzt haben wir ein Rechtsnachfolger, jetzt haben wir eine Institution, an die wir uns wenden können, jetzt können wir uns unterhalten. Mhm, mhm. Und dann begann ja auch der, der Abzug der russischen Truppen und so weiter. Ja. Die Amerikaner, jetzt, jetzt, höre ich schon, Nachtigall, ihr hört ja Trapsen, warum sind die Amerikaner noch da? Äh, die sind NATO-Partner. Ja. Die dürfen, wenn sie möchten. Ich glaube, sich, auch wenn sie keine Partner wären, dürften sie, solange sie eine Armee haben, die größer ist als unsere. Ja, gut. Es ist halt, es ist halt, äh, geostrategisches Interesse, beider Seiten. Beider Seiten. Also es ist ja nicht so, dass die, dass die Amis jetzt sagen, wir bleiben jetzt einfach hier. Es ist, es ist kostspielig, immens kostspielig für beide Seiten. Ähm, und ja, wie gesagt, also es ist, geostrategisch, äh, geostrategisch ist es von Nöten. Jetzt könnte man natürlich sagen, ist Russland eine Bedrohung? Ja oder nein? Nein? Ist China eine Bedrohung? Na, ja oder nein? Weiß ich nicht. Es ist, es ist, da, da spielt viel zu viel mit rein, was weit über meiner Gehaltsklasse ist. Ich würde auch mal sagen, da, da es ja quasi History ist, über die wir reden, wir können ja erst darüber reden, wenn es geschehen ist. Hoffen wir, dass wir nie darüber reden müssen. Sag mal so, oder? Ja, wir senden hier live auf, wir senden hier live aus, Bunker 18, äh, wir berichten euch heute über den, den amerikanisch-chinesischen Krieg von 2022. Und wenn es passiert, dass wir auch danach noch drüber reden können. Ja, das wäre auch schön, ja. Ähm, Amerika, das wäre, das wäre so, ja? Das wäre so, das würde ich aber gerne nochmal aufnehmen, chinesischer Bürgerkrieg. Ja, das können wir auf jeden Fall vermerken. Super interessant. Welche Epoche davon genau? Den, den, den bis 49. Also der dann nach dem, äh, zweiten Weltkrieg dann richtig. Genau, ja. Der, der nach dem zweiten Weltkrieg, der eigentlich schon mit, mit, ähm, mit dem Abdanken des letzten Kaisers angefangen hatte und der dann 49 aufgehört hat. Mhm. Oder offiziell dann nicht aufgehört hat, weil Taiwan, die, die Volksrepublik nicht anerkennt. Ja. Ähm, ich hake mal nochmal ein hier mit Hamilka Barkas, wo wir jetzt gerade bei Absoden Kriegen waren. Er hat gesagt, ich biete noch den Fußballkrieg zwischen Honduras und El Salvador an. Ähm. Den habe ich hier auch tatsächlich auf. Ah, okay. Dann, dann kannst du den machen. Ich habe den Artikel hier gerade aufgerufen, aber dann, äh. Nee, der macht du den. Ich habe, ich habe schon so viele Leute. Ich habe selber noch ein paar Themen, deswegen, also gerne, wenn du es hast, vorbereitet hast, dann gerne. Dann belehre uns. Ich hätte auch noch den, den Kabeljau-Krieg. Oh, schöne Sache. Zwölf Mainz ohne ist nicht genug. Dann lass uns, lass uns die zwei noch machen, dann, dann würde ich mal noch ein, würde ich mal reinkoten und nochmal ein ganz anderes Thema anbringen. Also, willst du Artikel? Äh, Kabeljau-Krieg? Bitte. Dann mache ich den Fußballkrieg. Ja, Kabeljau-Krieg. Wir befinden uns nach dem Zweiten Weltkrieg mit einem Kalten Krieg. Äh, Island, Land im Norden, äh, Europas, traditionellen Fischereiland, hat er seine durch internationales Recht geschützte Zwölf-Meilen-Zone, in dem, äh, sie die Fischerei-Rechte, et cetera, äh, aufrechterhalten, beziehungsweise den ihnen obliegen. Das Problem war nur, dass britische Schiff, äh, Fischer, äh, genau vor dieser Zwölf-Meilen-Zone und teilweise auch in diese Zwölf-Meilen-Zone eingedrungen sind und halt die Kabeljau-Bestände vor Island abgefischt haben. Zum Nachsehen der isländischen Fischer. Weswegen dann, äh, Island angefangen hat, seine, äh, Zone da auszuweiten. Was dann natürlich den Briten nicht gepasst hat, weswegen es dann auch bald wieder dazu gekommen ist, dass es auch kleine Auseinandersetzungen zwischen den Fischern gab, beziehungsweise die Briten auch angefangen haben, äh, kleinere Kriegsschiffe auffahren zu lassen. Soweit ich weiß, ist Gott sei Dank niemand dabei umgekommen. Aber die haben die doch gerammt, ne? Ja, ja, also das war eine ganz wilde Geschichte. Wenn man bedenkt, es geht um Kabeljau. Da verstehen die, da verstehen die keinen Spaß. Nee, 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 nee. Ob, von beiden Seiten ja, ob der Britte nun seine Fischenschiffe bekommt oder der Isländer seinen Trockenfisch, also, für beide ist der Kabeljau essentiell. Deswegen hat man das so ein bisschen hochkochen lassen und zur Zeit hat man sich dann auf eine Einigung entscheiden können. was sich ja dann noch auch noch angeboten hat beziehungsweise intakt geblieben ist trotz des Ausscherens Russland aus der EU, weil Island ja kein EU-Mitglied ist und deswegen ja separate Verträge mit Großbritannien unterhalten konnte. Ah, interessant, irgendwo das bis heute noch Thema ist. Spannend. Hat sich das jetzt eigentlich mit dem Brexit geändert? Nein. Nee, meinte er halt gerade, ja, genau. Das waren ja vor EU-Geschnellverträge, die zwischen dem souveränen Land, was keine Bindung durch die EU hatte mit einem anderen souveränen Land ohne Bindung zur EU unterhalten wurden. Das schaffen die Briten bald wieder mit den Franzosen. Diese Fischerei ist ja echt ein Thema wegen Brexit, schreibt Hannity Tabakas. Ja, der Ärmelkanal, gut, da kann man die Zone nicht so weit ausgrenzen, weil irgendwann ist die Zone dann in Cherbourg beziehungsweise in Oxford. Also... Das wäre doch cool, wenn die Franzosen die Berechtigung hätten, bis die Thames hochzufahren, um da zu füllen. Wilhelm, der Oberer lässt grüßen. Und die Engländer, die Seine bis nach Paris. Wäre wieder fair. Ja, aber dann nur mit langen Schiffen. Dann bricht der Patrick aus in Notre-Dame, alle flüchten sich nach Notre-Dame rein. Ich habe neulich in der Familie gewitzelt, wo wir das gesehen haben, gerade mit den Treibstoffknappheiten in Großbritannien haben wir schon gewitzelt, das haben zwei Generationen der deutschen Kriegsmarine nicht geschafft, die Briten vollständig vom Nachschub abzuschneiden. Das ist gut, ja. Ja, wie gesagt, ich habe da familiären Bezug zu, von meinem Opa, der Vater, also mein Uropa, der war ja bei der Kriegsmarine, der war ja U-Boot-Fahrer. Ja. Der hat sich nach Kräften bemüht und selbst das hat er nicht geschafft. Tja. Das haben, die Briten kann nur einer zerstören und das ist wir selbst, um mal, um mal, wie hieß er denn, der Suffkopf hier von der FDP, Rainer Brüderle, frei zu zitieren. Ja, Marvin, hau mal rein mit dem Fußballkrieg. Also, der Konflikt, wo, äh, also angefangen hat es, dass unglaublich viele Kleinbauern aus, äh, Salvador, aus El Salvador rüber nach Honduras gemacht haben, was natürlich, äh, zu Spannungen führte, da sie sich auf dem brachliegenden Land, das aber Großgrundbesitzern gehörte, niedergelassen haben. Also die haben einfach Land okkupiert und haben das für sich genommen. Das fanden die Großgrundbesitzer natürlich nicht so witzig. Und der Ausdöser war, dass beim zweiten Halbfinalspiel der Nord- und Zentralamerika-Gruppe in der WM-Qualifikation für die WM 1970 in Mexiko zwischen El Salvador und Honduras am 15. Juni 1969 es zu Straßenunruhen kam. Das Spiel endete 3 zu 0 für El Salvador, nachdem am 8. Juni Honduras das Hinspiel mit 1 zu 0 gewonnen hatte. Während dieser Aufstreitung griffen das salvadorianische Militär und die Polizei ein. Beim Spiel selbst verbrannten einige Salvadorianer, die hondurianische Flagge und bewarfen Spieler mit Gegenständen. Das dritte und entscheidende Spiel in Mexiko statt am 26. Juni 1969 verschließt die der Kriegsauslöser. Auch hier gab es ähnliche Unruhen. Mauricio Pipo Rodriguez schoss in der Verlängerung das Siegestor zum 3 zu 2 für El Salvador, womit Honduras ausschied. Kurz daraus kam es zu Ausschreitungen, die auch Todesopfer mit sich brachten. Am 28. Juni 1969 brachen beide Staaten ihre diplomatischen Beziehungen ab. Rund 17.000 Salvadorianer, die zum Teil schon länger in Honduras gelebt hatten, aber dort nun zum Ziel von gewaltsamen Ausschreitungen wurden, flohen in ihr Heimatland. Beide Regierungen beklagten sich bei der interamerikanischen Menschenrechtsrat, der Anfang Juli 1969 eine Untersuchungskonvention in beide Länder aussandte. Diese stellten vor allem fest, dass Presse- und Radioberichte mit teilweise unwahrem Inhalt die konfrontative Stimmung in beiden Ländern in verantwortungsloser Weise angehetzt hatten. Am 14. Juli 1969 begann die salvatorianische Regierung den Krieg in Form von Luftangriffen auf hondorianisches Territorium, auf die der Einmarsch von Bodentruppen folgte. Eine formale Kriegserklärung gab es nicht. Die hondorianische Luftwaffe reagierte mit Angriffen auf Zielen in El Salvador, konnte jedoch die Invasion nicht zurückschlagen. Die sich abzeichnende Niederlage der hondorianischen Armee veranlasste die Organisation amerikanischer Staaten, OAS, dazu, in den Konflikt einzugreifen. Mit Sanktionsdrohungen erzwangen sie am 5. Kriegstag, dem 18. Juli 1969, das Ende der Kämpfe. Die bewaffneten Auseinandersetzungen dauerten nur rund 100 Stunden. Am 29. Juli 1969 mussten die salvatorianische Regierung, die von der OAS als Aggressor identifiziert worden war, den Rückzug ihrer Truppen zustimmen, ohne dass ihre wichtigste Forderung, die Vertreibung von Immigranten einzustellen, erfüllt worden war. Am 4. August 1969 verließen die letzten Soldaten Honduras. Der Krieg kostete 2.100 Menschen das Leben und 6.000 weitere wurden verletzt. Und das sind nur 100 Stunden. Ist auch für Liebhaber alter Flugzeuge ist das ein sehr interessanter Krieg, weil da nämlich noch mit der Chance Vought 4 F4U Corsair gekämpft wurde. Sind halt Dritte der Weltländer. Alter, okay. Und Mustangs haben natürlich auch gekämpft, ne? Ja, die ganzen Leftovers, die Amerika nach dem Krieg verschenkt hat, mehr oder weniger. Ist ja auch interessant im Falklandkrieg. Der stolz der argentinischen Marine war ein, ich glaube, ein Zerstörer, den sie von den Amis geschenkt bekommen haben. Naja, so ein altes Ding, ne? Da haben wir ja auch drüber gesprochen, ne? Krass, 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 krass. Ja, ich hab's ja angedroht. Ich würde jetzt mal reinkoten. Und da wir ja einen besonderen Gast heute haben, hau ich das Thema einfach mal rein. Volün. Oh ja. Ich hab mir den Film noch mal vor kurzem angeguckt. Wir waren noch vor kurzem bei Ludwig, da haben wir auch noch mal über den Film gesprochen. Und haben uns mit dem Thema noch mal so ein bisschen so beschäftigt. Ich würde es jetzt gar nicht hier in epischer Breite ausbreiten, weil dafür wird wahrscheinlich einfach so ein History Talk Format nicht reichen. Das müsste man, also hätte man locker Zeit, das komplett einmal zu besprechen. Ich wollte es hier nur mal anreißen und noch mal so deine Meinung hören zu dem Thema. Also, ich muss ja sagen, ich fand's schon ein bisschen dreist, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das ja allgemein so ein bisschen als Massaker bezeichnet wird. Und die Ukrainer halt mehr oder weniger von der Tragödie in Volün sprechen. Als ob sie nichts damit zu tun gehabt hätten. Also, für die, vielleicht magst du mal kurz für die, die noch nie was davon gehört haben, kurz zusammenfassend so grob, was da passiert ist. Wenn du es auf dem Schirm machst. In Volinien ereignete sich im Jahr 1943 ein an Genozid gleichendes Unterfangen, wo ukrainische Nachbarn auf einmal ihre polnischen Nachbarn massakiert haben. Also, wir müssen uns in Gang rufen. Volinien bis 1939, ostpolinisches Gebiet, war ethnisch sehr stark durchmischt. Man hatte Ukrainer, man hatte Polen, man hatte Juden. Die lebten bis auf einige Sachen eigentlich relativ friedlich miteinander. gut, in der Zweiten politischen Republik wurden die Polen bevorzugt. War nun mal das Staatsvolk. Ja, und dies hat sich dann in den Jahren darauf, besonders nach dem Überfall auf Polen 1939, der Annexion der ostpolinischen Gebiete durch die Sowjetunion noch ein bisschen mehr hochgekocht, weil auf einmal waren die Ukrainer in der tonangebenden Situation und haben dann, ja, Rache gesonnen für diese Ungerechtigkeiten, die sie unter den Polen erfahren mussten. Was sich dann so hochgekocht hat, dass die Devise umging, eine freie Ukraine kann nur existieren ohne die Polen. Also war der Schluss daraus, den man geschlossen hat, man muss die Polen aus Wollinien vertreiben beziehungsweise ausrotten. Ich wollte gerade sagen, es ging ja eigentlich, so wie ich es jetzt recherchiert habe, auch jetzt nicht nur darum, die Leute zu vertreiben, sondern wirklich auszumerzen. Ja. Weswegen ja, dann regelrechte Blutnächte zustande gekommen sind, wo dann halt die Ukrainer im Kollektiv gegen die polnischen Nachbarn vorgegangen sind und daraufhin auch Racheaktionen von polnischen Bewohnern von Wollinien passiert sind, wo dann auch Polen ihre ukrainischen Nachbarn abgemockst haben. Ja. Aber die Verhältnisse sind da schon ein bisschen unterschiedlich, ne? Ja, also die Todeszahlen der Polen waren durchaus höher als die der Ukrainer. Das lag aber auch daran, dass die Ukrainer die Bevölkerungsmehrheit in den Gebieten stellten und die Polen eher so wohlhabenderes Bauerntum und so weiter gestellt haben. Mhm. Deswegen gab's da auch grob zu deutsch übersetzt in Polen meist diesen Spruch von wegen der Pole ist der Herr und der Ukrainer der Knecht. Ja, dieses von oben herab, ja, das hat dann da blutige Ernte getragen, 43. Ja. Es ist nicht auch so gewesen, dass quasi mit dem Abzug der deutschen Truppen, dass das dann da wirklich dann eskaliert ist, weil, ähm, quasi dann, sag ich mal, gab's da keine richtige Ordnung mehr zeitartig, ne? Genau, und ein Wachvakuum. Dazu kam ja dann noch, dass die ukrainischen, äh, Hilfstruppen der Deutschen desertiert sind und mit den Waffen, äh, zur UPA übergelaufen sind, der ukrainisch- aufständischen Armee unter Stefan Bandera. Ja, und das dann auch nochmal mitgewirkt hat dabei, dass diese Massaker gegen die Polen durchgeführt werden konnten, weil die Polen hatten natürlich ihren Schutz, die Armee Akrajova, aber nachdem nun auch die Ukrainer im verstärkten Maße mit richtigen Waffen versorgt wurden, nicht nur mit ihren landwirtschaftlichen Geräten, ja. Da sprichst du gerade einen Aspekt an, über den ich gar nicht nachgedacht hatte, stimmt ja, eigentlich haben sie ihre Armee Akrajova gehabt, äh, war die so gebunden im Kampf gegen die Deutschen, dass die da wirklich keine Möglichkeit hatten, äh, das zu verhindern, oder weißt du da drüber was? Weil... Die, die Armee Akrajova war in Ostpolen relativ, äh, schwach aufgestellt. Ah, okay. Das lag zum einen daran, dass, äh, nach 1939 die Sowjetunion viele Polen deportiert hat, nach Sibirien, Kasachstan, etc. Weswegen, äh, die polnische Intelligenz, ja, beziehungsweise das ehemalige polnische Offizierskur, polnische, äh, äh, Polizisten, etc. sowieso nicht mehr in dem, was vorhanden war, als wie es in Zentralpolen der Fall war, also dem Generalgouvernier. Weswegen die Verbände in Ostpolen relativ schwächer waren, als die in Zentralpolen. Ja. In Zentralpolen gibt's ja auch mehr Polen. Ja. Genau. Deswegen konnte die Armee Akrajova da, man hat zwar versucht, man hat auch befestigte Dörfer eingebaut, wo dann keine Massaker stattgefunden haben, weil die UPA ist dann an diese befestigten Dörfer nicht rangegangen. Die haben sich dann wirklich eher an den wehrlosen Dörfern vergriffen. Was ja dann Frauen, Kinder und Alte bedeutet, ne? Genau, genau. Und die haben halt auf bestialische Art und Weise abgeschlachtet. Ich kenn den Film selber, ist dann ja auch, äh, recht bildlich dargestellt. Also das ist in dem Film auch, glaube ich, also würde ich sagen, auch nicht überdramatisiert, sondern ich hab auch nochmal so Texte gelesen und, äh, hab mal einen, so einen PDF in ein Buch reingelesen. Das kannst du eigentlich nicht lesen, weil das einfach geisteskrank ist, was die gemacht haben. Also, ich werd gar nicht ins Detail gehen, aber wir reden hier von Äxten und Ballen und Spießen und Heulgabeln und alles, was so ein bisschen wie das, was die Ostersche abgezogen hat, ne? Ja, die hatten halt landwirtschaftliche Gerätschaften und was machst du mit landwirtschaftlichen Gerätschaften? Das ist... Also wirklich mittelalterlich, kann man eigentlich fast schon sagen, ne? Ja, ja. Und einfach ohne Gnade. Also das ist halt super krass, ne? Das war blanke Hass, die haben sich so dermaßen hochgeschaukelt, die haben antipolnischen Hass, mit nur Ausrufen, die man auch heute in der Ukraine wieder hört, wie Slava Ukraina, mhm, wie Slava Heroia Ukraini, also Ehre den Helden der Ukraine. Ja. Also Amika schreibt ja auch gerade, klingt ja fast wie der Jugoslawien-Krieg- Nachbarn, die aufeinander losgehen, aber ich würde fast sagen, ich glaube nicht von solchen massiven Goldtaten im Jugoslawien-Krieg gehört zu haben, gab es sicherlich auch, aber nicht in dem Ausmaß. Äh! 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 Schwierig. In diesem Ausmaß, wie das hier beschrieben wird, bei Wollinien? Gut, man muss es auch nicht vergleichen, also das müssen wir jetzt auch nicht anfangen. Also ich würde, ich würde mich davon distanzieren, also wenn, weißt du... Du kennst dich da besser aus, wenn du das sagst, dann nehme ich das zurück, äh, dann sage ich, äh, Amika, ja, hast du recht, äh, wahrscheinlich, äh, ist das leider... Ich weiß nicht, also ich, ich, ich nenne jetzt mal, ich nenne jetzt mal... Wir waren ja immer vorsichtig bei dem Thema, dann bleiben wir da auch. So, ich, 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 jetzt haue ich mal einen raus, ich weiß nicht, ich glaube, das war ein Vukowa, ähm, da gab es eine Universität und in dieser Universität ist ein Biologie-Saal. Und in diesem Biologie-Saal haben sie Frauen vergewaltigt und das neben den Leichen von denen, die sie dort erschossen haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das jetzt besser ist oder schlechter ist, als wenn du jetzt, ne? Aber, ne? Es hat nicht ganz das Mittelalterliche, wie vielleicht bei denen... Ja, aber du musst dir, du musst dir auch überlegen, das ist erst 30 Jahre her, ne? Ja, das ist trotzdem krank. Das war in modernen Europa. Ja, das ist trotzdem mega krank, ja. Es war es nicht auch so, Arthur, also ich habe zumindest gelesen, dass quasi die orthodoxen Priester da auch ordentlich Stimmung gemacht haben in Gottesdiensten und das ist ja in dem Film auch, wird es ja auch beschrieben, dass da wirklich so Gottesdienste abgehalten werden und dann... Die orthodoxen geistlichen, aber auch die katholischen geistlichen, auf polnischer Seite, waren so die Köpfe der jeweiligen Gemeinschaften. Die hatten eine bessere Bildung genossen, waren in Lemberg, Lviv, Lviv, wie auch immer, studieren, etc. Konnten lesen, kannten Pamphlete und so weiter. Und natürlich dann noch, wie auch im Film dargestellt, Stimmungsmacher aus den Städten, die da auch noch unterwegs waren. Aber ja, die orthodoxen Priester hatten schon immer in diesen Regionen, aber auch die katholischen Priester, eine sehr wichtige Rolle in der Gesellschaft. Und auch an denen geht natürlich solch Gedankengut nicht vorbei. Krass. Also so ein bisschen mal die Opferzahlen, um es mal einzuordnen, für euch, die sich vielleicht noch nicht damit beschäftigt haben. Also man weiß es nicht genau, man schätzt aber, dass es so 100.000 bis 300.000 Polen gewesen sein könnten, die getötet wurden und eine halbe Million sind halt zur Flucht gezwungen worden. Also das sind ja so Zahlen, die ich jetzt so gelesen habe. Genau, und es gibt halt auch einen quasi einen traurigen Höhepunkt, das ist der blutsige Sonntag. Das war der 11. Juli 43. Und an diesem Tag wurden halt 99 Dörfer angegriffen. Ich glaube mal auch, das ist wahrscheinlich das, was man in dem Film auch sieht. Vermute ich. Ich weiß es nicht genau, aber das könnte ich mir vorstellen. Also da sind ja quasi gezielt dann 99 Dörfer angegriffen worden. Und ja, ich denke mal wahrscheinlich auch oft nachts und so, also auch die Leute halt überfallen wirklich. Super geist krank. Und ich denke mal auch, nicht wenige werden da betrunken gewesen sein oder natürlich. Oder während die, bei den Polen ist ja auch wieder so eine Sache, bei den Orthodoxen auch, sehr kirchennah und wenn die dann sonntags zur Kirche gingen, hast du sie auf gut deutsch alle erwischt. Weil du wusstest ganz genau um, äh, 10 ist Messe, da sitzen alle Polen in der katholischen Kirche. Hm. Stimmt, da gibt es ja auch eine Szene, ne, wo die in die Kirchen kommen. Ja. Da hast du dann alle. Krass. Ja, also der Film, also wer den mal sehen will, der kann sich den angucken, ähm, Volyn, ich glaube auf Deutsch heißt der, das Ende der Unschuld oder sowas, ne? Hm. Hm, meinte ich. Äh, ist wirklich nicht, also Leute, ihr seid wirklich gewarnt, das ist wirklich, äh, sind richtig heftige Bilder, also ich habe auch schon einige Filme gesehen, die halt krank waren, so, aber, äh, das ist halt wirklich super krank. Also Hut ab an die Filmemacher auch, wie man das inszenieren kann, dass das so realistisch rüber kommt. Ähm, und da gibt es auch eine Szene, da trägt die eine Frau ein Kind und das Kind ist halt, wir haben halt gerätselt, weil wir ja selber Filmemacher sind, ist das eine Puppe eigentlich, weil da überall zerstückelte Leichen rumlagen, die natürlich künstlich waren, aber die sah halt super echt aus. Und die war halt das Kind rumgetragen und wir haben gedacht, hä, wie geht das eigentlich, kann man mit so einem Kind sowas drehen? Haben die das irgendwie mit CGI denn gemacht oder ist das Kind eine Puppe? Und ne, das Kind war einfach echt. Also das würde ich mal auch den Regisseur sehen, der ihm erklärt, du, das sind alles Puppen, das ist alles nicht schlimm, guck mal hier, die kannst du auch mit denen spielen, das ist alles, und das Kind kriegt keine, äh, Psychose danach. Auch sehr krass. Ja, das zu dem Thema, äh, Massaker in Volnien und wie gesagt, traurig ist es halt, also soweit ich es verstanden habe, ist es ja quasi auch nicht als Genozid eingestuft worden, ähm, sondern, ähm, ja, als ethnische Säuberung halt, ähm, und ja, wie gesagt, heute noch in der Ukraine wird es halt Tragödie genannt. Ja, man, man hat, muss, man hat sich halt, äh, gerade der Westukraine auch den Helden der UPA bedient, Helden in Anführungsstrichen natürlich nur, die natürlich für die Unabhängigkeit der Ukraine eingestanden sind, und auch die... aus denen von der, von der Galizien auch gemacht. Und auch, äh, gegen die Sowjetmacht gekämpft haben. Ja, und wenn diese Helden dann natürlich auch, äh, ihre polnischen Nachbarn massakriert haben, ja, wie man das dann immer so machtpropagandamäßig, man spielt das eine runter und das andere überhöht man. Hm. Was echt krass ist, weil, also, so ein ähnliches Muster hat man ja quasi auch in Ruanda gesehen, wo jahrelang, ähm, die Tutsi, die die Minderheit sind, in der Regierung waren und die Hutu, die die Mehrheit gestellt haben in der Bevölkerung, ähm, quasi kaum an der Regierung beteiligt waren und als sich das geändert hat, gewaltsam, ähm, ja, wirklich, die Tutsi halt auch, ja, das war auch ein Genozik massakriert. Das kann man sehr, das kann man sehr gut vergleichen, auch wegen den Gewaltorgien, die da stattgefunden haben. Cut the tall trees, Johnny. Naja. Also, äh, krass, dass quasi das, äh, dass das, dass diese lange Zeit der Unterdrückung oder vielleicht auch gefühlten Unterdrückung, ich weiß nicht, inwiefern die wirklich dann unterdrückt oder, äh, einfach wirklich benachteiligt wurden, das hat sicherlich mehr oder weniger Ausmaße angenommen, dass ich das so hochschaukeln kann, zu so einer Situation, wo Menschen dann so aggressiv werden gegenüber ihren Mitmenschen, das ist schon echt brutal. Und immer die, immer an die Voraussetzung ist eigentlich immer quasi die Entmenschlichung des Gegners, ne, ich weiß nicht, bei den Polen haben sie auch, das sind Schweine oder weiß ich was und, ne, und, äh, Ratten und was die, wie sie die bezeichnet haben und, äh, bei den Hutu und Tutsi war es ja genauso, da haben die Hutu dann gesagt, das sind dann Kakerlaken, die man zertrampeln muss und. Oder Unkraut. Unkraut, ne, oder. Immer halt diese Entmenschlichung zuvor. Landwirtschaftliche Begriffe halt, wo Leute mit was anfangen konnten. Ja, ja. Gegner. Ich, ich hab auch noch, wo ich, wo ich das gerade mit Entmenschlichung höre, ich hab neulich ein interessantes Detail über den Pazifik, äh, Pazifik-Krieg gehört. Mhm. Das war gerade Arthur, glaub ich, ne? Da ist er wieder. Da ist er wieder. Hallo Arthur. Zurück. Ähm. Und zwar ist ja bekannt, dass so Trophäen angefertigt wurden, zum Beispiel aus Schädeln von toten Japanern, ne? Mhm. Ein kleines interessantes Detail ist, dass der Präsident, ähm, Fio, äh, nicht Fio oder Roosevelt, das war der davor. Das war natürlich, ähm, wie hieß er denn? Nein, Truman, nicht der davor. Vor Roosevelt? Nein, Roosevelt. Dem haben sie, der hat, äh, großen, großen Protest ausgelöst, oder große Empörung ausgelöst, weil er einen Brief öffnet, der aus einem japanischen Unterarmknochen gefertigt wurde, nicht annehmen wollte. Das hat, 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 hat quasi Kritik ausgelöst. Ja. Okay, krass. Das hat, äh, in der amerikanischen Bevölkerung, wie gesagt, es gibt da auch so, äh, schöne Filme, sag ich jetzt mal, so eine, so eine, so eine Art Wochenschauen, wo dann halt so eine recht attraktive amerikanische Dame sitzt mit ihrem Kleidchen und schreibt einen Brief an ihren, an ihren GI, der da irgendwo bei Okinawa im Sand liegt, ne? Und da hat, bedankt sie sich für das nette Souvenir, was er ihr geschickt hat, und das ist einfach so ein, so ein Totenschädel, weißt du, von irgendeinem japanischen Soldaten. Krass. Auch ziemlich martialisch alles, ne? Ja, äh, das haben sie auch teilweise an ihre Jeeps gebunden, oder haben sie als Wegweiser benutzt, wobei man dazu sagt, Ja, aber hey, aber guck mal, heute ist es ja auch nicht ähnlich, ne? Unähnlich. Wenn du nur, äh, Afghanistan-Krieg, Irak-Krieg, da gab's ja auch hier und da mal Bilder, die natürlich angepasst an die heutige Zeit, aber da gab's ja auch durchaus Bilder, wo man sagen würde, alter. Ja, aber da haben sie nicht gesagt, das ist eine gute Sache und haben das live im Kino übertragen. Das stimmt, ja. Äh, das, das war ja nicht so, dass du da jetzt, was weiß ich, äh, Mary Gold aus Cincinnati schreibt, äh, schreibt, schreibt ihrem, ihrem Harry, der da in Kandahar liegt, bring mir doch bitte ein paar Taliban-Finger mit. Erinnert mich so ein bisschen an, äh, Äh, Africa, Blood and Guts. Ja. Ja. Wo die Söldner im Kongo, äh, 1964 gezeigt werden. Ja, ja. Ist auch wöse. Ja, mich erinnert's eher an den sowjetisch-findischen Krieg, also den Winterkrieg, da haben die Finnen nämlich diese, äh, toten und steifgefrorenen sowjetischen Soldaten als Wegweiser am Wegesrand aufgestellt. Erstmal, damit ihre eigenen Truppen, damit ihre eigenen Truppen das fanden und zweitens, wenn die Sowjets das sehen, dann werden sie ja demoralisiert, also die Finnen haben auch mit ganz, ganz harten Bandagen gekämpft. Mhm. Wobei ich da halt sagen muss, leider auch, äh, zur Ehrenrettung der Finnen vielleicht, die sind überfallen worden, ne, oder angegriffen worden. Ja, deswegen musst du dir da trotzdem nicht, deswegen musst du dir da trotzdem nicht hinzimmern, weil ihr kennt doch bestimmt so diese, 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 diese Dings hier, wo sie so eine Pappkinder da hinstellen, von wegen Fahr 30 in der Orts, ne, freiwillig. Ja. So musst du dir das vorstellen, weißt du, und dann immer lang hin. So eine, so eine Wegweiser, alles aus sowjetischen Soldaten. Gut dann. Ja. Ähm, ich hab noch ein weiteres Thema mitgebracht, und zwar hab ich einen, äh, ganz coolen Film gesehen, also, ich hab, äh, jetzt eh so ein bisschen ausgelöst durch Suicide Squad und so, und ich bin ja eh so ein bisschen Asiatophil, wenn man das so nennen will, oder Japanophil, und steh so auf die japanische Kultur und hab auch japanische da so ein Weep. Was find ich? Ein Weep? Ein Weep. Was ist ein Weep? Das sind so welche, die, die Japan über alles vergöttern, hier so mit dem, mit dem, äh, mit dem Waifu-Kissen, weißt du? Achso, nee, das ist so hart. Ich denk aber nicht, dass er so und da hat's noch ein Samurai-Schwert und ein Fedora. Nein. Also, die japanische Bevölkerung selber, das ist so wie ein Volk von, leider ein bisschen auch von Duckmäusern so, das ist ganz schlimm, wenn du da bist, du bist, das ist ganz abgefahrene Gesellschaft. Es ist halt, es ist halt non-confrontal, ne? Ja. Das ist wie bei den, das ist wie bei den Tais, den kannst du auch ins Gesicht schlagen, die machen nichts. Wenn du denen sagst, das ist ein schönes Sofa, dann tragen die dir noch das Sofa mit raus. Also, er hat trotzdem eine sehr höfliche Bevölkerung, ähm, also es gibt so eine Story, die ich mal erzählen kann, äh, auf meiner Arbeitsstelle, da gab's, ähm, den, da hab ich, glaube ich, vielleicht schon mal erzählt, den Dolmetscher, ähm, für den japanischen Botschafter, der hat quasi, war bei uns und wir haben uns noch unterhalten, da, 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 und, also ich war früher Erzieher und er hatte sein Kind da bei uns in der Kita und, ähm, wir haben uns unterhalten und ich hab ihn nicht angesprochen und hab halt so ein bisschen erzählt, da, 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 und hab ich schon gemerkt, irgendwie ist er nervös und guckt halt immer wieder auf die Uhr und dann haben wir halt irgendwie noch eine Viertelstunde weitergeredet und, äh, ich hab dann auch irgendwann gedacht, okay, jetzt du könntest auch langsam mal gehen mit deinem Kind, weil dann gab's auch ein paar peinliche Schweigepausen schon, die auch teilweise ein paar Minuten gingen, ähm, und ich hab mir dann krampfhaft irgendein neues Thema aus dem Hintern gezogen und weitergeredet und irgendwann dachte ich halt dann so, ey, okay, jetzt musst du was sagen, so nach einer Dreiviertelstunde meinte ich so, ja, also ich müsste jetzt auch langsam gehen und er so, ja, 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 pack die Sachen, nimmt das Kind, zieht die Schuhe an und ist innerhalb von 30 Sekunden aus dem Laden draus gewesen. Und er hat sein Meeting wegen dir verpasst. Was war denn das jetzt? Und dann hatte ich ja Japanisch gelernt und die Japanischlehrerin meinte halt, ja, in Japan ist das so, wenn du ein Gespräch anfängst, dann muss der andere warten, bis du das Gespräch wieder beendest, sonst ist es unhöflich. Und in dem Moment denke ich drei Jahre zurück und denke, oh nein, was hab ich getan? Oh Gott, ich hab den armen Mann so lange aufgehalten. Ich hätte einfach nur sagen müssen, du darfst gehen. Ja, und sowas halt. Das ist halt schon ein bisschen peinlich, bei den Japanern, dass sie das nicht sagen können. Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, genau, Suicide Squad geguckt, Korea, bla bla bla, interessiert mich schon länger, so ein bisschen koreanische Sprache. Wir haben auch das Thema Korea-Krieg gehabt. Und es gibt einen Film, den hab ich jetzt angeguckt, das Bataillon der Verdammten. Da geht es um die Schlacht um Yangsari. Und zwar, es gab sozusagen, nachdem die nordkoreanische Volksarmee Südkorea überrannt hat, sind die ja quasi bis kurz vor Seoul gekommen und haben die südkoreanische Hauptstadt so gut wie eingenommen. Und die Amerikaner haben angefangen gerade, da sozusagen ihre Truppen da aufzufahren und ihre Flotte zu sammeln und es ging halt super schnell. Und sie hatten halt noch eine Operation dann ausgearbeitet, die Operation Chromite. Da wollte man quasi hinter der nordkoreanischen Armee landen und sie abschneiden und ihrerseits einkesseln und dann Richtung Norden vorrücken. Und der Film handelt, ja, sag ich mal, spielt im Zuge dieser Operation Chromite und zwar wollte man ein Ablenkungsmanöver starten, damit die Nordkoreaner nicht denken, das ist die Hauptlandung. Und dafür hat man so ein Bataillon von Schülern eingesetzt. Das war quasi so ein Offizier, der hat sich freiwillig gemeldet, der will das machen. Der hatte eigentlich gar keine Kampferfahrung und der hat, ist halt in so eine Schule gegangen und hat gesagt, kommt, so und so und dann hat der quasi Hey kids, do you like violence? Dann hat der quasi diese Schüler und Studentensoldaten ein zwölf-, zweiwöchiges Training hat er denen gegeben und dann haben die halt so ein Transportschiff bekommen, aber halt so ein ziviles Transportschiff und sollten halt an diese Küste ranfahren und haben sich da dann auch nachts genährt und eigentlich sollten die quasi abgesetzt werden, aber es gab halt unruhige See und es war nachts und die hatten auch für, ich weiß nicht, Bataillon, das waren wie gesagt 700 Mann, hatten sie halt drei Schlauchboote und meinten halt, ja, das könnte ein bisschen gefährlich werden, wenn wir jetzt nach und nach da hinfahren, die Nordkoreaner könnten uns abschießen. Also haben sich dann tatsächlich diese Kapitäne auch entschieden, nein, wir fahren mit dem Schiff so lange auf die Küste zu, bis wir aufsetzen, dass wir so nah wie möglich dran sind. Haben sie dann auch gemacht, sind dann aber von den Nordkoreanern entdeckt worden, unter schweres Feuer gelegt worden, kamen unter schweres Feuer, haben dann aber trotzdem diese Landung noch vollzogen und der Film handelt halt von dem Kampf dieser Einheit, also wirklich von diesen Schülern, die halt so einen Hügel einnehmen müssen, mit dem sie halt diese ganze Stellung da übersehen können. Also ich kann jedem mal den Film ans Herz legen, der ist eigentlich ganz cool gemacht, also für so südkoreanischen Kriegsfilme und die Schlacht um Yangsari hat halt sag ich mal in Korea auch ein bisschen traurige Berühmtheit erlangt, weil erstens sind natürlich viele von diesen Studenten und Schülern gefallen, ein großer Teil und die haben auch so ein Elite-Regiment abgewehrt und mussten dann evakuiert werden und waren quasi auch schon abgeschrieben worden von ihrer obersten Führung, aber dann haben sie halt da gab es zwei so eine Kriegsberichterstatterinnen aus Amerika und die haben quasi über diese Kinder berichtet und es hat so viel öffentlichen Druck erzeugt, dass die koreanische Regierung gesagt hat, okay Mist, wir müssen die jetzt da rausholen, weil sonst macht es schlechte Publicity und dann haben sie die versucht zu evakuieren, also sind auch super viele gestorben, aber ein großer Teil hat sie dann noch rausgeschafft und was halt traurig ist und was jetzt vor kurzem ist passiert ist und zwar hatten ja normalerweise Soldaten so Erkennungsmarken gehabt, dass du erkennen konntest, wer das war und haben so Nummern gehabt, so Militärnummern und jetzt hatten die aber nicht und diese Kriegsberichterstattern haben sich halt super dafür eingesetzt, so ganze Norm und das dann tatsächlich Jahre später dann diese jungen Leute auch eine Erkennungsnummer bekommen haben und man versucht hat die zu identifizieren, wer eigentlich dabei war, dass man die sozusagen posthum dann bedacht hat, weil deren Ablenkungsoperation war halt so erfolgreich, dass die Hauptlandung der Amerikaner und Südkoreaner dann auch tatsächlich geglückt ist. Ja, das war eigentlich ein interessantes Kapitel, was wir bei unserem Korea-Ding, was wir auch schon mal behandelt hatten, gar nicht so auf dem Schirm hatten, da haben wir nur über Operation Chromite gesprochen und ja, finde ich krass, dass so 16, 17, 18-Jährige sich tatsächlich so zum Kampf werfen. Wenn wir schon bei Südkorea sind, müssen wir auch den Hype mitfahren. Was hältst du von Squid Game? Gut, wenn wir kurz off-topic. Ja, ich fand's cool. Also, ich fand's cool. Also, ich finde auch die Backstory von dem Regisseur cool, weil er hat zehn Jahre an dem Skript gearbeitet, hat keinen Abnehmer gefunden, hat keinen Abnehmer gefunden, hat teilweise seinen Laptop verkauft, nee, wie hat er das gemacht? Doch, der hat seinen Laptop verkauft, auf dem er das Skript geschrieben hat, weil er quasi nur damit beschäftigt war, das Ding, hat er das ausgedruckt, hat er seinen Laptop verkauft, weil er seine Miete nicht mehr zahlen konnte, also der war so am Boden. Der hat auch Zähne verloren, also ein Scheiß. Ja, und dass man dann so hoch kommt und dann so eine Story nochmal rausbringt, die dann halt so erfolgreich wird und wie gesagt, durch die Serie, ich habe vorher schon koreanische Sachen geguckt, entdeckt, weil die Sprache eigentlich ganz cool ist. Du wolltest doch einfach nur einen Grund haben, Kimchi zu essen. Ja. Achso, und was du vielleicht nicht wusstest, koreanisch ist die erste Sprache, von der man weiß, wie sie entstanden ist, weil irgendwie um 1400 noch was haben sich irgendwelche gebildeten Typen hingesetzt und haben die Sprache einfach entwickelt. Und daher weiß man ganz genau, wann diese Sprache entstanden ist und wer sie erfunden hat und super interessant. Und deswegen ist die auch so durchdacht, also die ist halt ziemlich clever, die Sprache. Die funktioniert ja mit diesen Kreuzen und dann trägst du da immer links rechts so die anderen Zeichen ein. Und sie haben es nicht von den Chinesen geklaut, das finde ich auch cool. Das ist ja bei den Japanern, deswegen finde ich das interessant. Ich finde das interessant, auf welchen Trip die Japaner im Zweiten Weltkrieg waren. Die Chinesen waren ja für die Untermenschen, dabei haben sie ja eigentlich so viel von den Chinesen übernommen, die ganze Schrift und so weiter. Ja, aber ist das nicht der Binderwertigkeitskomplex, den sie dann hatten dadurch? Ja, sie haben halt, das Interessante ist halt, das ist so ein ähnlicher Kick, wie sie auch haben in Nordkorea, dass sie quasi besonders rein sind, dass sie ein besonders reines Volk sind und deswegen den anderen durch ihre Insellage und deswegen den anderen Völkern überlegen. weil sie sich ja auch selber isoliert haben und dann quasi mit Gewalt ins 19. Jahrhundert geprügelt wurden von Commodore Repairy. Das hatte ich glaube ich schon mal angesprochen, wo wir damals das über den Pazifik Krieg gemacht haben, dass ja die Flagge die ich weiß gar nicht welche das war, ich glaube die USS Lincoln war das, wo die Kapitulation unterzeichnet worden ist, das Kriegsschiff. Ich glaube es war nicht die Lincoln, ich glaube es war ein anderes, aber ja. Ja, ist auch egal, auf jeden Fall dieses Schlachtschiff, wo die Japaner die bedingungslose Kapitulation unterzeichnet haben, die Flagge, die dort gehisst wurde, über der japanischen Delegation, das war exakt die Flagge, die Commodore Perry an seinem Flaggschiff hatte, als er Japaner zu zwang, sich für den Westen zu öffnen. Also die ultimative Demütigung. Ey, das war das Schlachtschiff Missouri. Das Schlachtschiff Missouri, ja. Aber man, musst du das mal überlegen, diesen Aufwand zu betreiben, diese scheiß Flagge darüber zu schicken. Ja. Einfach nur, um zu sagen, ihr könnt uns. Macht sich halt cool in der PR, ne? Ja. Das werden sie nicht auch ausgeschlachtet haben. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber das ist sogar ein relativ unbekannter Fakt tatsächlich, dass es exakt die Flagge war. Krass. Ja, ein Typ, ja, krank. Und irgendeiner hat sich gedacht, das ist eine verdammt gute Aktion, wir haben die schon so auf dem Boden, ne? Das ist genauso mit dem Atombombenabwurf auf Hiroshima. Das erste, was die Japaner hingeschickt haben, war nicht etwa Sanitäter oder Bergungskräfte, sondern eine Untersuchungskommission, die herausfinden sollte, ob die Amis nicht blöffen. Okay. Ja. Also die haben da keine Hilfskräfte oder sowas hingeschickt, ne? Das hat sich so, auf 300 Kilometer haben sich diese Flüchtlinge dann verteilt aus der Stadt. Das erste, was die Japaner hingeschickt haben, sind irgendwelche Leute, die sich mit radioaktivem Material auskannten, die dann halt herausfinden sollten, ob die Amis nicht blöffen. Weil die Schäden, die in Hiroshima entstanden sind, die waren ja nicht größer oder auch nicht kleiner, als die von dem Feuerbombenangriff, den Tokio ein paar Wochen zuvor erlebt hatte, wo 90% der Stadt zerstört wurden. Und deswegen hat man gesagt, die verarschen uns doch, die sind da doch nicht, das hat doch nicht eine Bombe gemacht. Ja gut, das liegt ja an der Bausubstanz. Ja, das liegt ja auch. Das ist eine Feuerbombe, so eine Stadt wie Tokio, die durch die traditionelle Bauweise eher aus Holz Bestand als Ziegeln und Beton dann auch mal ganz schnell. Ja gut, aber sagt es mal nicht, in Hamburg ist da auch viel passiert, ne, durch Feuerbomben und ja gut, aber da hatten sie noch die richtige Phosphorbomben. Das ist auch Fachwerk und das ist viel Fachwerk gewesen. Heute ist alles aus Beton, aus bekannten Gründen. Ne, nicht in Hamburg, da ist alles, da ist noch immer viel Rotklinker. Ja, stimmt, ja. Im Norddeutschstaat, wir lieben unsere Rotklinker. Bei dir auch, ne? Ich finde das schön, ich finde das, Ja, es sieht auch schön aus, sieht auch definitiv schön aus. So, ich würde für heute gerne nochmal ein letztes Thema aufmachen, auch nochmal zu Ehren unseres Gastes heute. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen paradox, aber ich würde gerne kurz über Napoleon und den Russland-Feldzug reden, aber vielleicht das Augenmerk darauf richten, weil ich lese gerade Krieg und Frieden, deswegen, und das Augenmerk aber auf die Rolle Polens im französischen Kaiserreich zu richten, weil es auch eine super spannende Sache ist. Das Großherzogtum. Genau, das Großherzogtum Warschau. Du meinst das, was wir von Preußen gestohlen haben? Ja. Also, ich sag mal so, was mich persönlich daran so krass fasziniert und warum, ich konnte immer ganz viel nicht so mit der polnischen Geschichte anfangen, weil Adam hat mich da so ein bisschen näher rangebracht an die ganzen Themen mit Polen und weil tatsächlich durch diese dritte polnische Teilung, wo Polen ja aufgelöst wurde durch Russland, Preußen und Österreich, muss man ja sagen, dieses Volk hat trotzdem, ich weiß nicht, 100 Jahre lang weiter geglaubt, dass man das irgendwie schaffen könnte, ja, einen polnischen Staat wieder herzustellen und halt Polen in einem Staat wieder zu vereinen und Napoleon war ja so perfide, dass er diese quasi diese Begehrlichkeiten halt ausgenutzt hat. Ja, wollte ich jetzt mal generell allgemein wissen, bist du so bewandert bei dem Thema Polen im Ich kann dir was dazu sagen, allerdings liegt mein Schwerpunkt dann doch eher auf der Zweiten Republik beziehungsweise auf der Adelsrepublik, dieses Großjahrzeugtum Warschau durch seine relativ kurze Existenz hat jetzt von mir doch relativ wenig Aufmerksamkeit bekommen, aber so polnische Legion, Hendrik, Dabrowski, Dabrowski bis zur Schlacht bei Leipzig oder auch bis Waterloo, wo er die Polen immer treu zu ihrem Kaiser, sprich Napoleon, ihm beigestanden sind, die polnischen Ulan, also ein bisschen was kann ich das schon sagen, ja, also. War das nicht die, die bei Leipzig noch in Angriff geritten sind? Ja, genau. War das Leipzig? Ja. Also das ist ja generell interessant, also die, Napoleon hat ja Preußen 1806 geschlagen und Russland 1807 geschlagen, so dass er große Teile, sag ich, mal von diesen, oder sag ich mal Preußen richtig harte Bedingungen auferlegen konnte und auch Russland, sag ich mal, sich bemühen musste halt Frieden zu schließen, gab es halt bei den Polen denn die Hoffnung, dass Napoleon das wirklich wahrmachen könnte und einen polnischen Staat errichten könnte? Ja, die Hoffnung gab es, das lag aber auch daran, dass die Polen schon lange Zeit mit Napoleon zusammengekämpft haben, man muss sich da in Erinnerung bringen, die polnische Präsenz in französischen Diensten, beziehungsweise auch in Diensten Italiener, ist fast so alt wie Napoleon seine Geschichte selber. Der erste große Einsatz polnischer Truppen unter französischer Fahne war auf Haiti. Wow, okay, das wusste ich nicht. Bei der Niederschlagung eines einheimischen Aufstandes. Ach, dieser Sklaven Aufstand von Haiti? Dieser Sklaven Aufstand von Haiti, genau. Warte mal, war das nicht, wo Haiti praktisch den Polen eine N-Word-Pass gegeben hat? Ja. Als sie sie den Negros of Europe nannten? Ja, ja. Was? Okay. Ja, die Haitianer, die waren den Polen so dankbar und die haben halt gesagt, wir sind ja irgendwie gleich, weißt du, ihr seid ja so eigentlich die Negros of Europe. Das heißt, Haiti hat ganz Polen einfach einen N-Word-Pass gegeben. Okay, hörst du das, Adam? Ja, das war das erste Mal, wo die Franzosen und Polen Militärs in der Epoche miteinander zu tun hatten und dann schon bei Napoleons Italienfeldzug wurde dann die Legion Donau gegründet. Die Legion Donau bestand großteils aus polnischen Truppen, weil nachdem der polnische Staat von Landkarte verschwunden ist, ja, haben sich die Polen halt so ein bisschen in Europa verteilt. Die Polen gab's ja noch, ne? Ist ja nicht so, dass die einfach plötzlich weg waren. Genau. Ja, krass. Also, dazu muss ich nochmal, was ich jetzt noch weiß, ist auf jeden Fall, dass große Teile in 1806 quasi aus Preußen rausgeschnitten wurden und aus Österreich auch ein Teil und man ja dann dieses Herzogtum Warschau gegründet hat, was ja eigentlich nicht wirklich eigenständig war, aber es gab ja zumindest diesen, äh, oh, wie heißt der nochmal? Ich hab's gefunden, Johnny. Dein polnischer Held. Ich weiß nicht, ob er ein Held ist. Poniatowski. Poniatowski als Helden zu bezeichnen, ist schwierig. Okay. Okay. Aber auf jeden Fall war er ein Marschall Frankreichs und, äh... Ach so, der Poniatowski. Ah, ja. Ja, ja. Der schöne Poniatowski. Ach, gibt's auch einen anderen Poniatowski? Den hässlichen? Ne, das war der letzte König Polens, äh... Ach so, Stanislav II. August Poniatowski. Genau, und den dachte ich jetzt. Aber ja, Josje Poniatowski war's ja, glaube. Oder war's Andrzej? Äh, ich guck gerade mal... Äh, Antoni. Antoni, nicht Antoni. Antoni, äh... Josef Antoni Poniatowski, der auch 1813 ja gestorben ist dann. Der schöne Poniatowski, wenn er Schlacht bei Leipzig ist, ist er doch, glaube ich, gefallen, wenn ich mich irre. Ja, ich meine auch, ja. Ja. Nee, ich glaube, warte mal, ist der in der Schlacht gefahren? Ja, tatsächlich, er trank im Fluss, ja, das war diese traurige Sache, ja. Der und Henrik Dombrowski sind ja so die Nationalhelden der Epoche. Mhm. Dombrowski wurde ja auch in der heutigen Hymne besungen, der, der schon mal die erste Strophe gehört hat. Ah, okay. Heißt ja auch, äh, Marsch, Marsch, Dombrowski. Okay. Von Italien bis nach Polen. Oh, okay. Ah, hier, Jan, Jan, nee, war das ein anderer. Hendrik. Hendrik Dombrowski, okay. Witzig. Krass, dass so ein alter Held noch besungen wird, okay, Wahnsinn. Ja, weil das war das erste Mal nach der Altsrepublik, dass der polnische Staat wieder erblüht ist unter den Völkern Europas. Mhm. Auch wieder mit den ehemaligen Königen zusammen, mit den Sachsenkönigen, man hatte ja wieder Personalunion. Mhm. Ähm, ja, und die Ideale von Napoleon. Moment, Moment mal, in Personal, das ist doch die, ist das nicht seit August dem Starken so? Er war doch Kurfürst in Sachsen und König in Polen, oder? Genau, genau. Okay. Dazwischen gab es dann natürlich auch noch wieder andere Könige. Ja. Es gab dann halt die drei Sachsenkönige. Aber ja, dann gab es dann noch den, den einen hat doch Katharina die Große noch eingesetzt. Ja, genau. Mhm. Katharina die Große hatte auch viel mit, äh, Stanislav Poniatowski zu tun. Die hatten ja so eine kleine Liebesbeziehung auch unterhalten. Aber Katharina die Große hatte ja relativ viele Liebesbeziehungen unterhalten. Ja. Ich hätte nicht sogar nachgesagt, dass sie auch, äh, gewissen Tieren nicht. Ja, okay. Mit einem Pferd. Ja, das ist aber, das muss man dazu sagen, das ist, glaube ich, eher dem, dem Neid geschuldet. Erstmal war sie, war sie, war sie die König, die, die Kaiserin oder die Zaren des mächtigsten Reiches in Europa, ne? Ja. Und, äh, ich glaube, die anderen haben sich dann halt, haben dann halt so ein bisschen, bisschen Neid gehabt und da hat man hier halt allerhand angedichtet. Jetzt frage ich dich, wo ist denn der Unterschied, ob sich ein, ein Ludwig der 16. ein Harem hält mit Hunderten von Konkubinen oder ob sich, ähm, eine Katharina die Große jetzt ein, in Anführungsstrichen, ein Harem hält, eigentlich, das sind ja nicht Leute, die sie... Heute ist das kein Problem, aber damals... Ja, aber damals war das, damals jetzt... Es ist halt, in meinen Augen ist es halt, viel ist übertrieben oder viel ist einfach Propaganda. Mit Sicherheit. Gerade, gerade im Siebenjährigen Krieg, ich meine, Friedrich nannte sie eine der Erzhuren Europas. Ja. Ja, aber gut, er hat ja generell ein Problem mit vorne, Friedrich. Ja. Er war auch Müsugün. Ich habe das übrigens gefunden, jetzt, was ich eben meinte. The Revolution won. In 1804 Saint-Dominique adopted a new constitution and became Haiti. The constitution guaranteed that any Pole wishing to become Haitian would be guaranteed citizenship. Das heißt, wenn du jetzt als Pole nach Haiti gehst und sagst, du möchtest die Staatsbürgerschaft, die geben dir die. Da steht ja der Verfassung drin. Geht das heute auch noch, ja? Ja. Na Adam, dann los. Haitis First President Jean-Jacques de Salé said, where the white negros of Europe they share with the Haitian comrades a story of oppression and rootlessness. Also du kriegst zu der Staatsbürgerschaft kriegst du auch einen N-Word-Pass. Okay. Verrückt. Total verrückt. Noch nie davon gehört. Aber du musst mal überlegen, was die Jungs da gerockt haben müssen, dass die einfach sagen, okay, wir packen das in die Verfassung, packen wir jetzt rein, dass jeder Pole, der hier auftraut, einfach Staatsbürgerschaft haben kann. Ja. Aber die Polen haben auch überall mitgemischt, so überall mal so ein bisschen, ob jetzt, ja, so ein bisschen wie die, war man ja auch dicke bei. Ja, war amerikanischer Unabhängigkeitskrieg doch auch, ne? Ja, hab ich auch gerade gesagt. Ich hab eben verstanden, ein arabischer Unabhängigkeitskrieg und dachte so, was? Nee, amerikanischer Unabhängigkeitskrieg mit Tadeusz Kuczykow, Kazimierz Pouwaski, waren ja da alle unterwegs, Kazimierz Pouwaski als Vater der US Cavalry. Ja, natürlich, die US Cavalry wurde natürlich von dem Polen ausgebildet, das macht Sinn. Ja. Aber die hatten keine Flügel, oder? Nein, die hatten keine Nuzaria. Was mich mal interessiert, woher kommt das eigentlich, dass die Polen so auf Kavallerie umgestiegen sind? Ich meine, wenn du das rundherum so siehst, nachher, eigentlich, wo Polen richtig zur Kavallerie gegangen ist, haben die anderen doch eher schon mit Fußtruppen angefangen. Naja, das Ding ist, du musst dir die Gemeinden angucken, in denen Polen unterwegs war. Polen hat meist den Krieg gegen Osten oder gegen Süden geführt. Gegen die Osmanen oder gegen die Russen. Ja, und das heißt Ebene. Da knattert das natürlich schön. Weite Ebene und da bietet sich Kavallerie Wald aus dem Meer ein als Infanterie. War ja auch alles nicht so dicht besiedelt, da unten in die Ecke. Und du hattest halt auch berittene Gegner, wenn man sich die Tartan, die Kosaken erinnern, das waren ja auch berittene Gegner. So gehst du natürlich selbst mit Kavallerie vor. Das macht natürlich Sinn, ja. Und schon haben sie die Osmanen vor Wien vertrieben. Ja, und dazu kommt noch dieser polnische Tick, den man da hatte, gerade unter dem Adel, dass man sich eine Herkunft von den antiken Samaten erdacht hatte und die Samaten waren ein Reitervolk. Wie kommt denn das zustande, die Samaten? Okay, das ist, ein bisschen südlicher ist diese Region, aber wie kommt ihr denn darauf, dass die Samaten sind, weil sie es einfach interessant waren oder hat das wirklich tatsächlich ethnische Verbindungen auch noch? Also ethnische Verbindungen würde ich da eher nicht sagen, sondern eher schwarzes Meer, oder? Also nördlich vom schwarzen Meer irgendwie. Sondern eher so eine Art romantisches Gebilde, edle Herkunft, um sich so von den Slaven so ein bisschen abzuheben. Das ist so wie bei den Jugoslawen nachher. Die Kroaten haben ja für sich in Anspruch genommen, dass sie ja nicht Jugoslawen wären, also keine Slaven, sondern dass sie von den Illyran und Goden abstammten. Genau, genau. Das ist dann immer so ein bisschen, wir versuchen uns von unseren Nachbarn abzuheben und dadurch das Samatentum in Polen unter dem Adel extrem stark verbreitet. Auch einer der Gründe, warum Polen Illyran untergegangen ist. Weil das genau so ein Clusterfuck war, wie das Heilige Römische Reich. Ja, nur halt ein bisschen zusammenhängender. Auf der Karte jedenfalls. Das war riesig. Ja. Man hatte viele Feinde. Und die hätten bald Russland erobert. Ja. In Moskau stand man ja, aber man konnte sich da nicht einigen, wer Zar von Rüssland wird. Okay, das ist gut. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Bis hierhin haben wir es geschafft. Okay, wer wird König? Na man, das Problem war zu der Zeit, Polen hatte einen Vasa-König und sowohl Von dem Knäckebrot? Sowohl Wadislaw wie auch Sigmund Vasa Sigmund Vasa war zu der Zeit schwedischer König haben halt Anspruch auf die Zahnkrone erhoben. Hm, krass. Ja. Okay. Konnte man sich dann halt nicht einigen. Ja. Dazu dann noch die Zeit der Wirren in Russland ist ja auch noch ein riesengroßes Kapitel, die 100.000 Dimitris. Ja. Das ist echt undurchschaubar. Aber da gibt es eine gute Reihe von Epic History TV. Diese russische Zeit wird da beleuchtet, aber ist trotzdem total verwirrend. Ähm, zu mich nochmal jetzt abschließend so zu dem Thema Russland und vielleicht noch abschließend jetzt für diesen Podcast oder für diese Folge. Ach, ich hab einen noch. Ich hab einen noch. Dann lass mich kurz noch das russische Ding und dann kommt deins als Abschluss. Ne, das ist ja auch Russland. Ich wollte dich einladen, ob du mit mir mitkommen möchtest nach Stalingrad nächstes Jahr. Du sprich mal nächstes Jahr drüber. Ich will im April, im April will ich los. Ich frage dich jetzt hier öffentlich, wer kannst du nicht absagen? Ich möchte erstmal die momentane Situation abwarten an der Grenze zu Polen und wie sich das alles mit Russland verhält. Aber wenn die Ereignisse da stabil sind und dann können wir auf jeden Fall drüber reden. Ja. Ähm, genau, was ich noch sagen wollte und zwar für mich jetzt zum Abschluss dieses heutigen Abends, was ich interessant fand, ein Aspekt von den polnischen Truppen, die ja in der Grand Armee mit nach Russland marschiert sind, die 500.000 Mann, das von den, äh, abseits davon, dass, äh, Napoleon einfach harterweise gesagt hat, äh, 1813 in Verhandlungen mit Österreich in Dresden, mit Metternich, hat er gesagt, ja, was regt ihr euch denn eigentlich so auf? Äh, und denkt ihr, meine Armee ist geschlagen? Ich hab doch da nur Deutsche und Polen geopfert. Jetzt hier, ihr vergesst, dass ihr zwar im Deutschen sprecht. Genau. Aber man muss dazu sagen, ich hab das Buch gelesen von Adam Zamoyski, der Russland-Feldzug, ähm, oder Russland 1812, äh, und super interessant ist, dass tatsächlich die Polen als einzige Bevölkerungsgruppe in diesem Kampf, ja, abseits der Russen, die waren, die am besten klargekommen sind, weil die sich auskannten, einfach wie man sich im Winter verhält. Na klar. Die Italiener, die Franzosen, besonders die Italiener, für die war es am allerschlimmsten, weil die gar keine Ahnung hatten, die sind reihenweise erfroren, ähm, und dass denn die, die guten Verbände und auch die Franzosen haben gesagt, haltet euch an die Polen, guckt, was die Polen machen, weil die haben Ahnung. Und wenn die dann halt zum Beispiel sich so, so vergrößerte Schuhe gebaut haben, so mit so Bass, oder was die da hatten, um halt besser im Schnee zu laufen, oder wie die mit ihren Pferden umgegangen sind, und, ähm, wie die sich gewärmt haben und sowas, äh, ja, es fand ich super interessant, dass quasi die Polen einfach diesen territorialen Vorteil hatten, dass sie sich klimatisch so gut auskennen, dass halt echt viele von denen überlebt haben und nicht erfroren sind und die dann am Ende auch noch, die waren, die den Kopf für alle hingehalten haben, unter anderem, weil die an der Beresina noch gekämpft haben, während sich alle anderen zurückgezogen haben und die quasi ihnen den Rücken gedeckt haben, ja. Das ist natürlich auch ein, ja, ein hartes Pflaster so, also, auch wieder diese, finde ich erstaunlich, dass man sich dann so aufopfert für diese Idee, wenn wir uns nur hart genug beweisen, dann kriegen wir auch vielleicht unser Polen, ähm, ja, deswegen, also, das, äh, das ist für mich nochmal so, wie gesagt, so abschließend nochmal für so ein Ding gewesen, wo ich gesagt habe, okay, Polen finde ich interessant, finde ich immer interessanter, äh, mich mit der Geschichte Polen zu beschäftigen, weil man bei den Italienern sagen muss, das waren ja hauptsächlich die Süditaliener, die reihenweise erfroren sind, die aus dem Norden, die kannten sich schon ein bisschen besser aus. Ja, wahrscheinlich, ja, da gibt es ja auch öfter mal ein bisschen kaltere Phasen. Und die Alpini und so weiter, die rekrutieren sich ausschließlich aus den, aus den nördlichen Regionen. ja, ja, weil es da halt auch Berge gibt, ne? Ja. Ja, das wären so für mich heute meine Themen gewesen, habt ihr noch was, was euch auf dem Herzen brennt oder was ihr noch loswerden wollt? Ich muss gleich zum Karten spielen. Das ist schön, dann passt es doch gut, dass wir jetzt Schluss machen. Ja. Ja, Arthur, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du bei uns warst. So wie ich gehört habe, bist du ja beim nächsten Mal auch noch einmal dabei, weil da reden wir ja über ein aufspannendes Thema. Wir werden uns wahrscheinlich nur öfter hören. Den, den, den sowjetisch-polnischen Krieg, ne? Das ist die nächste Folge, Don't Forget History. Ähm. Ja. Lanzen zum Streit, Säbel in der Hand, Bolschewiken jagen wir. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Äh, ja, dann bedanke ich mich auch bei dir, Marvin. Ähm. Gerne. Immer wieder gerne. Ich bedanke mich bei euch Zuhörern, ähm, nächsten Sonntag gibt's dann, vermutlich, müssen wir nochmal sprechen, aber vermutlich dann Don't Forget History. Und, äh, ja, bis dahin, äh, wünsche ich euch noch eine schöne Woche, einen schönen Start, äh, in die Arbeitswoche. und wir hören uns beim nächsten Mal. Metal Off. Bis dann.